wir sehen wir paint gaming los geht's CRL zweiter spieltag leinwand aktivieren für mich nee ja auch mies ich muss grad jetzt mal vollbild für mich aktivieren Tegnita 4, Energy so los geht's los geht's Immortals mit Laputaki Energy wo die beiden spieler leider noch fehlen oder gefehlt haben wegen Visa Prim, Tribe und ja das waren andere Teams übrigens mit dabei heute ist Flobby kannst du kurz mal sagen wer du bist ja also ich bin Flobby 19 Jahre alt ich hab letztes Jahr die CRL selber mitgespielt für SK Gaming wir haben den zweiten Platz in Europa belegt dieses Jahr gibt's ja eine CRL West das heißt besteht aus Europa, Nordamerika und Südamerika letztes Jahr gab's drei getrennt und wir waren eben zweite in Europa und ja dieses Jahr gibt's zwölf Teams eine Liga und ja wir casten das Ding heute hängt das gerade oder warum ist der Bildschirm zugesplittelt? ne ne das ist auch bei mir das ist bei mir auch so das ist wahrscheinlich einfach bei mir ist jetzt auch der Ton weg also was heißt Ton weg da kommt nichts? ok was geht los keine Ahnung ihr müsst wissen das ganze ist natürlich auch zusammengeschnitten von einem Studioteam oder weil er auch immer das macht die haben vielleicht auch mal zwischendrin gepatzt oder so oder das war gerade bewusst ich weiß es nicht keine Ahnung also es hat eins immer der erste Satz ist immer 2v2 danach King of the Hill und dann das letzte ist immer einfach eins gegen eins also ein Spieler in einem Best of Five noch und jeder dieser drei einzelnen Sätze gibt eben einen Punkt und wenn man eben zuerst zwei Punkte holt gewinnt man das Ganze und ich bin natürlich besonders wieder auch als allererst auf 2 vs 2 gespannt ja was auf jeden Fall auch schon wieder sehr interessant ist weil das ist eine Änderung im Gegensatz zum letzten Jahr letztes Jahr müsst ihr wissen hatten wir zuerst 2v2 dann 1v1 und King of the Hill war immer das entscheidende Set wenn es beim 1-1 zum 1-1 kam das haben sie geändert einfach auch deswegen weil wenn das 2v2 und dann 1 vs 1 kam waren sehr wenig Spieler involviert und sehr wenig Spiele teilweise deswegen wurde das King of the Hill glaube ich vorgeschoben und das 1v1 dann als Ende weiß ich nicht was ich davon halten soll 2v2 ist immer noch am Start ja ist immer noch sehr entscheidendes Set dadurch und 1v1 wurde jetzt quasi dann als letztes gepackt Sekunde kurz mal die Tabelle wir sehen Fnatic oder Fnatic Dignitas Cream eSports hier schon mal mit 1 zu 0 dabei SK, Complexity, Liquid und noch ein anderes Team haben wir ja zum Beispiel noch überhaupt nicht gespielt Misfits ist das andere Team noch genau und unter anderem auch noch Models und die Teams die verloren haben sind Pain, Tribe und Keso was auch überraschend ist auf jeden Fall also Pain, Game, Cream ja okay damit hätten wir also das war jetzt nicht so mega überraschend aber Tribe und Keso okay ich bin irgendwie verfehlt ist mein Kopf abgeschnitten oder irgendwie sehe ich mich nicht mehr richtig Sekunde also ich schaue noch ein bisschen mit der Qualität ich hoffe das passt alles falsch ne, ne das hoffe ich auch hey wieso bin ich halt abgeschnitten ich muss halt diesen Vollbettprojekte aktivieren aber ich scheite ah jetzt habe ich es wieder sehr gut so wieso haben wir wieder so einen komischen ah jetzt es sind nicht immer diese Zwischenschnitte einfach okay wir hatten es das letzte Mal nicht wollen sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Design reinbringen so wir sehen Misfits gegen Immortals Team Keso gegen Pain Gaming die haben beide verloren Team Keso und Pain Gaming oder beim ersten Mal beim Auftakt ja haben beide verloren richtig und dann Tribe gegen Complexity also vor allem Flobby kennt es natürlich super aus als ehemaliger CIL-Spieler kennt die Teams besonders gut und du kannst halt dann jeweils auch die Spieler glaube ich besser eingehen als ich denke ich mal und ja bin ich auf jeden Fall gespannt was jetzt passiert so los geht's jetzt geht's los jetzt kann es losgehen wir sehen Misfits gegen Immortals hier wieder das Tor letztes Jahr gab es das ja auch oh das Bären das Bären ich glaube nein das Bären genau nur er auch ganz hinten der linken Seite haben die Misfits kein Trikot die sind ja schwarz komplett ich glaube die haben noch keine Trikots weil die noch zugesendet werden müssen also sie werden die Trikots bekommen aber haben sie noch nicht deswegen sind sie kommen in schwarz ist auch interessant aber ja gut wenn sie keine haben was sollen sie machen und Immortals das Team hat sich so verändert dass statt Oh Yeah der ja letztendlich dabei war jetzt Lapotaki dabei ist das ist ein Mortar Ah das Lohi gewesen der jetzt aber auch recht stark ist und bei Misfits ist quasi das Cloud9 Roster mit Lohi also auf jeden Fall cool also vor allem mal wieder Lohi in Bären spielen zu sehen hab ich schon länger nicht gesehen das ist wer ist das denn das rechts ist Akrab dann RF dann Lapotaki und ganz links wird jetzt noch Royale kommt Ah Royale genau den kann man natürlich auch einer der so ziemlich der beste Golemspieler mit auf jeden Fall ja immer noch ich weiß nicht ja doch immer noch der beste ich würde schon sagen der beste Golemspieler in der Welt das ist auf jeden Fall vielleicht werden Leute ja auch was wir sehen an Golems ja so wird auf jeden Fall spannend werden so auf jeden Fall danke an alle Zuschauer die dabei sind fast 1000 Live zu schauen ich hoffe die Qualität wird heute stimmen und wir springen in das erste Game rein los geht's 2v2 es gibt keine Banzer das heißt 2v2 sind die Decks stark die halt auch letztes Season vermutlich auch schon sehr stark waren also sowas wie Royal Giant sowas wie Golem sowas wie Slava ist immer sehr stark Doppelkönigstriese und Riesenskelett oder Riesenskelett ist auch so eine Karte die ist extrem stark in 2v2 weil man eben so viele Truppen stackt und so eine Bombe kann dann auch mal eben mit Nado fünf Truppen killen auf einmal oder so also was wir eben auch vor allem sehen werden ist vor allem sehr viel Zauberzeichen bis jetzt halt hier schon der einzige Schaden war eben von Giftzimmern, Lightning, Holz und so weiter und das ist in 2v2 ziemlich entscheidend auf jeden Fall das Deck von Akrep und Rf ist glaube ich auch sehr stark auf Zauber fokussiert da sie eben so ein Miner Cycle Deck spielen was eher ein defensives Deck ist und dann werden sie versuchen das Zauber in Kommission mit Miner rüberzuhauen ok also Akrep also ich bin beide Doppel-Tunnel-Krepper meinst du die spielen gar keine andere Win-Condition als Doppel-Tunnel-Krepper? ne ich glaube die spielen gar keine die spielen nur Zauber und Miner die werden keine Win-Condition haben das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht weil wir haben auch gestern gesehen man kommt eigentlich fast gar nicht in den Turm ran wenn die das gescheit deffen wenn sie es schaffen die Royal Giants zu deffen dann werden sie das Game gewinnen aber es wird schwierig werden weil die haben 2 Royal Giants und die haben nur 1 Inferno-Turm ist auch interessant das sind nicht Doppel-Inferno-Turm genommen hätte ich fast an seiner Stelle sogar gemacht und man sieht eben auch wie unfassbar krass der Inferno-Turm hier wieder ist absolut krank und vor allem ich glaube es ist bitter ich glaube Beren und Loa spielen da gar keinen Inferno-Turm ne? äh gar keinen Tornado sorry gar keinen Tornado ne die spielen glaube ich kein Nado richtig? das singe ist halt es gibt keine Bands das heißt Nado kann man natürlich spielen ne wenn du spielen sie Nado ich glaube doch ich glaube Beren ah ja Beren kann ein Spiel wegen den ah ja das war ungeschickt auch wegen Eismagier weil Eismagier spielt man eigentlich nicht ohne Nado ja eigentlich schon ok so wieder ordentlich Schaden den Königsriesen können sie ganz gut treffen war ein schöner Lightning und Königsriese? kriegt boah kein Hit raus also ich muss sagen ich bin eigentlich sogar ein bisschen verlor und Beren muss ich sogar sagen weil es war einfach auch klar also ich meine normalerweise klar sind wir nicht parteiisch aber ich meine wenn wir jetzt hier solche Spiele am Start haben dann kann man ja auf jeden Fall für die so ein bisschen Schieren sagen auf jeden Fall ich meine SK Gaming werde ich ja auch absolut anfangen ich meine das ist ja auch mein Team jetzt noch auch wenn ich gerade zähle natürlich nicht mitspiele aber trotzdem werde ich ja schützen boah ja der Fall ist natürlich extrem heftig gerade und der Schnee war auch noch ja ja die Sache ist halt die die Königsriesen kommt bis selbst gar nicht ran aber jetzt könnten sie vielleicht mal einen guten Lightning land könnte ich mir halt wieder vorstellen ah der Lumberjack ok sie schaffen es irgendwie immer wieder gut die Guards auch noch vor den Royal Giant zu bringen aber dennoch kommt dieser Royal Giant halt nie durch aber vom Schaden her gehts eigentlich sogar jetzt in Ordnung sie liegen ungefähr 100 Schaden hinten das geht eigentlich völlig in Ordnung aber die haben halt Doppel Miner Spells ne das ist schon fast also das reicht schon fast oh was ohne Rakete noch und Drittenholzweller genau was ihr angesprochen habt die können gleich einfach Spells rüberwerfen die müssen jetzt irgendwie versuchen den zu deffen und dann kommt Miner und Spell und so weiter oh was Feuerball Päusen Rakete also ich muss echt sagen 2v2 finde ich Schneeball und Control einfach zu stark wirklich ja 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 das ist unglaublich stark ja ne der hätte ein Lightning kommen müssen der hätte ein Lightning kommen müssen der kommt jetzt aber zu spät da kommt der Lightning nochmal oder? oh mein Gott oh was ein Hit haben sie noch einen Lightning haben sie noch irgendwas hat jetzt hier Loia noch was nein aber keinen Spell hat Loia muss einen Spell haben eigentlich schon nein was er hat einen Feuerball Loia hat einen Spell aber kein Elixier extrem knappes Game das war echt bitter das war echt bitter ich hab eigentlich also wenn Loia halt einen Lightning gehabt hätte hätten sie gewonnen das ist halt echt oh mein Gott ja da freuen sich natürlich jetzt hier auch A-Crap und AF das war natürlich das war ein Lucky muss man schon sagen das war auf jeden Fall lucky ja das stimmt hätte Loia den Lightning gehabt dann wäre das Game durch gewesen danke der Ingame Sound ist zu leise vielen vielen Dank danke für den Weiß gerade Sekunde da mach ich das ganz schnell lauter da mach ich das mal ich glaub die Musik ist ziemlich laut kann das sein ich hab's mal viel lauter gemacht ich achte jetzt immer wieder auf den Chat und ihr müsst mir jetzt sagen wie jetzt der Ingame Sound so ist ich mach das immer auf volle Lautstärke es wird auch viel zu laut sein wenn dann wieder der Musik anfängt so ok also gerne einfach im Chat gerne ein bisschen ich kommentiere jetzt gerade wieder das Game und ihr müsst mir halt wirklich sagen ob der Ingame Sound so in Ordnung ist ich mach jetzt mal auf die Lautstärke ungefähr ich hoffe das passt so ok so wir sind im nächsten Spiel drin mal schauen wir werden sie wieder Royal Giant King das wird ziemlich geil ja komm es wird doch safe wieder der Königskrise sein es sieht nach Royal Giant King Royal Giant aus zu sehen ja 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 oh mein Gott ey das ist halt das Problem es gibt keine Band das heißt Royal Giant Leitling oh die haben die Kanone getroffen ja 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 das hat mir getan aber passt jetzt kommt der Counter-Busch jetzt kommt der Counter-Busch es geht aber in Ordnung ok kannst du beide der Königskrise ne ist in Ordnung oh nein der Königskrise wurde nicht getroffen welchen Hit ne das war raus ok aber mit Leitling haben sie zumindest natürlich nicht den Turm getroffen also immer in irgendwas ok mal schauen so holst du dann nach hinten da überlegen die beiden ok kleine Elixiervorteil aber jetzt großartig auch nicht wirklich und das Ding ist dass er Crap und Emote sie ein bisschen gesniped haben die haben Royal Giant mit Inferno Tower ach so ja ja oah schöne Kombi sehr schöne Kombi WTF wie viel Schaden es war das war ich liebe das war ein 8er Schaden ja das ist eine gute Frage aber ich glaube oh nein oh nein sie dran aber ist egal sie haben Feuerball drauf geworfen sie haben Feuerball drauf geworfen oh mein Gott der Feuerball war so schlecht dadurch oh mein Gott war das wichtig ok Elixier ist ungefähr gleich die erste Aktion war schon mal ziemlich gut Kanone ist halt ziemlich interessant von der jetzigen Situation weiß ich gar nicht wem ich durch den Vorteil zuschreiben das Ding ist halt dass Immortals noch mit dem Riesenskillett spielen was auf jeden Fall sehr stark in der Kombination ist weil das wird richtig schwer das da zu verteidigen und sie haben den Inferno Toys ich würde eigentlich Immortals einen Vorteil zu ja ich würde es ihnen auch sehen ja also die Kanone kann man halt vor allem mit dem Lightning sofort ausschalten das ist ein Inferno Tom finde ich schon noch mal ein bisschen besser aber ist auch eine Schmackssache denke ich das was wir hier gerade leider sehen Boah schön ist ja auch indirekt der Grundgewinn warum Leute oder ganz viele Leute sagen jo 2v2 ist irgendwie so schwierig weil die Leute das Problem ist sie haben ja keine Bands jetzt und 2v2 das heißt wenn Royal Giant zum Beispiel extrem stark ist dann spielen die Teams alle Royal Giant dann siehts halt auch also Königsriese spielen fast alle wirklich das ist halt wirklich so so aber nächster Königsriese an die Brücke das kann richtig gut werden jetzt weil sie haben nicht genug Elixir für den Lightning glaube ich direkt ne jetzt auf jeden Fall nicht aber es macht trotzdem wieder Schaden es geht in Ordnung ja bis jetzt kriegen sie halt dann die Loks wieder durchgecycled ja ja also Zauber ist halt einfach nur Zauber Cycle vor allem Zaubern Königsriese einfach mal schauen die laufen halt in den Femm Tower rein die Truppen das halten ja ja nächster Königsriese wir dürfen sie den jetzt die wird auch kein Lightning value bieten klar müssen sie mal aufpassen oh oh nicht schlecht ist aber eigentlich ganz gut gelogen muss ich ehrlich sagen der Feuerball war nicht so gut den Feuerball fand ich nicht so gut ne eher auf Love Magic Mega Minion werfen ja auf jeden Fall und jetzt ne diese Verteidigung aber sie liegen vom Schaden her ungefähr gleich auf sie liegen vom Schaden her ungefähr gleich auf sie liegen vom Schaden her ungefähr gleich auf sie haben halt Nado Inferno Tower Riesenskelett das ist halt so brutal naja also ich finde alles Riesenskelett ich würde es auch an Dings an Stelle von Beeren und so weiter eigentlich auch fast spielen weil ich fand es so stark bisher insgesamt ja ja auf jeden Fall ich glaube nächste Bombe in der Offensive und auch in der Dingserver ja auf jeden Fall das Ding ist halt man kann so viel stacken wie man möchte wenn da ein Riesenskelett ist wird dann alles wegsterben ist alles tot mit Nado alles tot das ist so krank das ist halt das ist halt das ist halt der Grücken jetzt sind sie Lightning bereit jetzt haben sie Lightning bereit gehalten ja das war gut glaube ich der war zu früh der war viel zu früh der war viel zu früh der war viel zu früh glaube ich sogar ja hätten sie warten müssen ist egal was schaden ist im Endes okay ja Elixir ist ungefähr gleich also ich glaube der Schluss ist halt wirklich dass man diesen Lightning offensiv drauf wirft ich weiß nicht also das Ding ist halt die haben halt das Riesenskelett aber irgendwie kommen beide Teams nicht so richtig durch sondern es kommt am Ende eher auf den Spellschaden ja auf jeden Fall der Spellschaden ist auch entscheidend das stimmt oder Elixir ist ein Hit das war nicht unwichtig aber die Defensive wird so schwierig werden oh mein Gott ja die wird richtig schwierig oh mein Gott wird so schwer werden Kanone aber sie haben eine Kanone ah der Nado die haben Nado vor allem defensiv der Nado ist oh mein Gott das Holz auch noch was das ist eine starke Verteidigung was so stark aber sie haben Elixir nach 2 ja jetzt haben sie keine Kanone mehr Doppelholzfäller Schneeball drauf oh Lightning auch noch da muss das kommen da muss das kommen nein 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 was machen sie haben nichts wir haben es geht klar es geht auch klar es geht in Ordnung liegen leicht hinten jetzt aber jetzt haben sie einen leichten Elixirvorteil ja einen ganz leichten sie müssen halt mit Lightning Königstries wieder reingehen am besten irgendwie wieder Spells drauf bekommen im Grunde genommen das ist riesengelernt ich sag's dir es ist so nervig da zuzuschauen ja ja es ist krank das ist halt 2v2 das ist halt wiederholst wieder auch viele zuschauer die wundern sich auch so 2v2 die kommen teilweise kommen überfordert aber so ist es halt auch bei 2v2 wir waren am Anfang auch es muss wieder Deffen kommen Kanone 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 kommt auch schöner Schneeball von beiden ok es sollte klar gehen das war es glaube ich oh mein Gott jetzt wird es spannend werden aber das Ding ist halt kommen sie jetzt durch sie müssen reingehen oh nein aber es ist egal es ist egal es ist egal das Lock reicht eh nicht oder? sie müssen es reingehen sie müssen es reingehen es bringt doch nichts es bringt nichts es bringt nichts es war es sie haben verloren es war es sie sind halt irgendwie kein einziges mal richtig reingekommen aber es ist halt einfach es waren nur Zauber im Grunde genommen und einmal weil der Königsliste glaube ich für 2-3 Hits dran bei Immortals und damit geht der erste Satz leider an die Immortals das Riesenskelett war Key weil dadurch dass es Immortals Riesenskelett hatte mussten Misfits immer viel mehr investieren in der Defensive und dadurch konnten die Immortalsspieler immer Lightning usw. raufwerfen und haben am Ende es geschafft mehr Spells zu cyclen und dadurch gewonnen so jetzt bin ich gespannt jetzt kommen wir so wenn man alle zuschaut was mit dem Sound passt Musik gibt es nicht ganz wichtig ich bin jetzt hier im Call zusammen mit im Call zusammen mit Fobi und und wir haben auch In Games Sound da wollte ich auch noch Musik ich kann auch noch Musik anmachen wenn ihr das natürlich möchte habe ich jetzt eher keine Musik genommen muss ich sagen Hättest du Impfmusiker noch genommen? also weil ich verpickst ich glaube das reicht das reicht sie haben ist es hier doch schon Musik hinterlegt ja deswegen genau das wäre gerade gar nicht jetzt die ganze Zeit kommt Musik deswegen macht ja ne ne macht keinen Sinn ne ne keine Musik alles gut alles gut Deutschrap auf jeden Fall danke für die Tipp ne Musik würde ich da nicht mehr ok da haben wir gerade auch noch Trainer Luis gesehen das ist der Coach von Immortals der den Spielern auch letztes Jahr vor allem extrem viele Decks immer vorgegeben hat und der ja auch ein wichtiger Schritt glaube ich wieder ein Erfolg war die haben sehr gut zusammengearbeitet im Team mit dem Trainer und ja die sind auch immer ein sehr starkes Team die sind ja auch zu New World Files gekommen ja genau genau wir schauen wie wir uns jetzt hier im King of the Hill Set wie sich da die Spieler schlagen werden also Roy war ja wie gesagt einer der stärksten Ja genau in der letzten Liga auf jeden Fall ja und da bin ich jetzt sehr gespannt wie der sich jetzt dieses Jahr präsentieren wird also man konnte ja man konnte ja auch letztes Jahr diese ähm diese ähm tippen man konnte ja auf Pros setzen die besonders gut abschneiden würden und da war glaube ich ähm unter anderem Royals so einer derjenige der mit die meisten Kronen eben geholt hat oder? wenn ich mich nicht irre ja ja war er auch so wir starten rein gut RF gegen Trainer Chris ich kenn beide ich kann eigentlich nicht so viel dazu sagen also Trainer Chris hat letztes Season äh war er für einen speziellen Play bekannt und zwar hat er vergessen wieviel Schaden der Feuerwehr macht und hat dadurch ein Game verloren äh er hätte nur Feuerwehr rauffärfen müssen dachte aber es reicht nicht und hat deswegen das Spiel knapp verloren und hat danach erstmal nicht mehr gespielt das war weh es war nicht die beste Season für Trainer Chris gut RF hat halt sehr stark immer 2v2 mit Accrape gespielt wie auch gerade eben und war dann auch immer wieder sehr stark in King of the Hill ähm ähm Royal hat halt immer 1v1 gespielt und jetzt starten sie im King of the Hill mit Erev Erev auf jeden Fall sehr starker Spieler spielt im Ladder halt oft Graveyard ansonsten kann er aber auch eigentlich sehr sehr viele spielen und für Trainer Chris ist eher so ein Spieler der viele Cycle-Decks spielt aber auch zum Beispiel sowas wie Royal Giant oder so auch immer mal wieder im Ladder so beide spielen Barbar und fast nach einer Minute ähm sagt jetzt nicht so viel über die Decks aus mal schauen sagt eher darüber was aus wie äh OP Barbarl noch zur Zeit ist ja 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 einmal schauen so ich kann mir vorstellen das es vielleicht sogar Grunin sein könnte oder was sagst du und Panther ich glaube es ist Royal Giant gegen Goblin Giant Sparky so ich glaube stimmt stimmt es gibt einen mit Lighting ne das meinst du das ja genau 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 oder ist sogar Prinz drin doch 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 ist sogar Prinz drin ich kenn's nicht genau ich hab ich ganz interessiert das ist gibt es ohne und mittag mit mittlerweile die leute dank sein und kreis schuldung oder mehr wie wird es einschätzen dass ein sieges parker leiden kobold riese wäre ich glaube da hat ja das ist schwierig für golem das sollte ein recht gutes match für christian der war wirklich nicht gut wenn das voll reingelaufen ja das war ich nicht sicher fällt gerade hier zu setzen ja es geht aber es geht klar es geht so aus wie der wohl noch hin und das war er hat schon schaden kassiert aber nicht zulassen genau mal schauen und jetzt wird das schwierig weil jetzt das problem ist musst du merken ich habe dieses match heute auf uns spielen gespielt und zwar das problem ist du hast zwei lufttruppen also als golem spiel das baby und du hast neidung das problem ist du hast kein edlen du hast kein eos du hast keinen keinen guten spell mit denen du hast höchstens jetzt ein lightning hat er kein e-tracking drin hat er kein e-tracking hat vermutlich den den lightning dort drin ja oh mein gott ist es besser als kein e-tracking also schon holzfäller dunkler prinz war kein e-tracking ja das matchup kannst du komplett verklässen oder also ohne e-tracking keine ahnung wie er das gewinnen möchte er hatte den lightning aber ich glaube es wird sehr sehr schwer so wenn es gut spielt dann wird das matchup gewinnen ja muss ich mal schauen das problem ist er macht gerade nicht das was man normalerweise machen würde er müsste gegen pressen er müsste wenn der golem kommt direkt andere lane reingehen und damit sparky den golem verteidigen ja genau was will er machen was will er gegen sparky machen das kann er machen hast du irgendeine idee also ohne e-tracking habe ich keine idee hat lightning drauf er muss hat immer das luft backup spielen und irgendwie versuchen mit lightning zu arbeiten auf der linken seite hier was das ist das ist schaden hätte er da ein gespielt dann wäre es kritisch geworden aber jetzt auf der anderen seite auch vorstelle stehbar oder punky oder von er hätte es ja okay krass das sieht es aber eigentlich tatsächlich noch ein bisschen besser von gotter auf jeden fall aus der hand der reine kris nutzt er sich aus wie der gott rf spiegt golem hinten und da muss er reingehen jetzt muss er reingehen andere lane komplett ja jetzt geht er rein okay jetzt ist schon mal schauen weil es ja eigentlich auch gegen druck heute machen das ist ja eigentlich nicht so wenn er jetzt einen lightning wirft hat er gewonnen ich hätte mit dem lamberjack oder so gerechnet und die sache ist halt vor allem jetzt die dass der golem am turm ist ohne schaden machen es kann ja das kann sein das war es schon um mein gott das war sehr stark von rf aber nicht gut gespielt von chris hätte chris vielleicht hätte chris am anfang aggressiver in die andere lane gehen müssen wo ein golem kam weil da drängt erst am wichtigsten eigentlich und er hat immer wie immer so halb offensiv gemacht und dann wieder so halb verteidigt und das kannst du nicht machen ja schade schade naja also ich bin halt ein bisschen für die misst wird sich sagen wegen bären erhalten aber ja übrigens sagen für die ganzen spätten die reinkommen ich kann alles vorlesen ich bin ein bisschen mit dem welches ganz sich vorlesen das mal später aber trotzdem danke so wir machen es ging direkt weiter als ganzes king of the hill das heißt kann man jemanden wiederbeleben wie läuft es ab oder wie bitte nochmal wie ist bei king of the hill kann man jemanden wiederbeleben ich bin immer verwenden ist es drei gegen drei und es wird immer er soll man hat gewinnt dann spielt man noch mal wenn man verliert ist man raus ja also drei mal gewonnen hat dann ist man praktisch fertig wenn man alle weil okay also kann wieder okay das ist ziemlich einfach also einfach jeden aus dem team eben besiegen und dann gewinnt man das ganze ok ja wir sehen wenigstens kenne ich als zehn spieler der früher die meisten karten gewonnen hat oder ja übrigens hat er extrem viele karten auch immer noch sehr 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 viele karten ja mittlerweile hat morten ja die meisten ja und ja wir sehen gott elf mit einem inferno tower meiner poison deck und rings mit royal giant was er auch immer wieder one trick den netz ist er spielt sehr sehr viel im netter wundert mich jetzt dass er das deck dann auch einfach jetzt hier spielt also ich denke es auf jeden fall prinz oder ja klar ich frage mich halt vor allem wie er gegen den prinz klar kommen möchte weil er eben keine wächter drin so eben den holzfäller sind sich noch die beliebtere variante und das ist natürlich schon ein kleiner nachteil ich glaube vor allem der prinz könnte ein bisschen ärger machen ja ich glaube auch also ich glaube der prinz der könnte echt schwierig werden ja ja auf jeden fall und die sache ist halt auch ein sauschnellen cycle oh das war okay klar der war entfernt das geht also ich weiß nicht ich bin sogar irgendwie gerade ein bisschen kann es sein dass gott das gut schaffen kann weil eigentlich der ja also ich glaube das ist schwierig zu sagen ja es ist schwierig zu sagen generell natürlich die gute möglichkeiten mit lightning aber der prinz also ja ich glaube das kann ich bin ich glaube dass gott gut spielt wird dass er gewinnen ja ich glaube ich auch weil das ding ist halt vor allem der cycle königs riese ist so extrem langsam wenn immer wieder pressert der zum beispiel mit fledermäuschen hat er keinen sektor muss das waren wir elektromagiker oder hier zum beispiel noch baby draufspielen das tut weh oder ist auch wenn er dann hinten spielen würde dann könnte links auch eine könnte rf auch einfach mit prinz meiner jahre gehen ja und stimmt ganz schwierig zu beteiligen also ich glaube prinz von die schlüsselkarte muss schauen bisher sieht es auch besser für ihn aus die sache ist dies mit kein rematch wenn es unentschieden wäre es gibt sofort dann also single tower damit zählt glaube ich sofort ja ja okay so da kommt schon der prinz im king of the hill gibt es kein rematch genau das singletower und im eins versus eins gibt es das kann es ein bisschen kritisch werden das ding ist halt dafür hat natürlich auch gott af probleme mit baby trache und megalakai weil er da nichts gegen hat großartig stimmt gegen luftherren auch probleme jetzt kommt halt dieser angesprochene prinz der prinz ist halt der value halt einfach aber jetzt hier auch jetzt muss er schauen was wir jetzt hier machen großartig ein push ja kann man auch versuchen aber das war gefällt das war gefällt oh jetzt kritisch das schaden oh mein gott ist richtig schade aber ich weiß nicht also baby trache mit dem doppel elixierfasen noch mehrmals hässlich werden würde ich sagen alter der prinz ist es so klar was der value rausholt ja der meiner war ein bisschen obergste der war ein bisschen zu spät aber gut er kann es halt machen kann es jetzt erlauben der situation ich glaube er wollte eigentlich dass er hatte gedacht dass winks nicht mehr genug investiert und dann das ist für den leiten da kann also ist nicht schlecht weil er kann er kriegt den prinz hat nicht richtig da und ja er muss halt irgendwie versuchen schaden zu machen und er kann auch royal giant jetzt nicht rein spielen weil dann ist da ein peter oder irgendwie einfach backup zu ja genau das bin ich gerade auch aufgefallen wollte ich auch gerade sagen er hat kein einziges mal den königs riesen eingesetzt mehr also er merkt wirklich dass er damit wahrscheinlich nicht ankommen kann stattdessen arbeitet er vor allem eben wie diesen baby trache weil er dagegen wahrscheinlich ankommen kann jetzt extrem aufgefallen unterwegs unter den ofen auch ein einziges mal gesetzte setzt die ganze keine hofigkeit königs riese und jetzt sind viele damals gewesen ja er kann den ofen nicht jetzt wenn den ofen setzt dann kriegt der ihm nur häuschen ja dann kommt häuschen und kann nichts machen extrem interessantes spiel setzen beide teilweise nicht ein kommt vielleicht gleich wieder etwas mit nein der war ganz stark ist die frage toll kann was am turm und er macht sehr viel schaden also wenn es jetzt geschickt spielte das gewinnen können das ist knapp einmal preis und so bereich schon theoretisch mit meiner auf jeden fall und ich denke jetzt wird ein guter meiner oder irgendwie aber meiner dann nicht zurück im cycle glaube ich jetzt gleich erst jetzt wahrscheinlich ja und wenn der ist nicht ganz schwierig ich glaube das war es das war es das war es glaube auch das war das prinz nicht aber ist egal ja es war es also es war ungefähr so wie man vermuten konnte eigentlich dass eben die alle prinz war das problem ja also wie gesagt das hatten wir am anfang auch gesagt da hatten wir uns das match angeguckt haben wir überlegt kann links da wie durchkommen aber das problem ist halt eben wenn erf das so kontrolliert runter spielt wie er es hier gemacht hat dann wird das ganz ganz schwierig für für übrigens so ich hoffe man dass ich jetzt genau lohe oder bären sie im einzel genau weil toby to gerade eben lohe und bären ich finde toby to sich so aussagekräftig einfach weil ich weiß wie du es sie ist zumindest für die sports spieler ja auf jeden fall auch also ja klar also toby to ist ich finde wenn ich verglichen habe fand ich immer weniger oder noch mehr match abhängig als 21 also es war sehr oft so dass die staat also die relation am start oder die deck wie ihr das deckt wie man es halt gespielt hat einfach absolut schon vor dem game entschieden hat wie man jemand spielt bei 12 1 ist noch ein bisschen schwächer finde ich fast und tweet ist auch einfach es ist ja ein ganz anderer modus also was wir alle mit klatschwerke verbinden ist wann wie man und wie du es halt einfach was ganz anderes so jetzt konzentrieren sich auf menschen und ich würde sagen es könnte königstrisse gegen königstrisse sein würde ich fast tippen also ich bin halt vor allem auf bären gespannt ich habe jetzt sie sind wenig mitbekommen hat er ja in amerika gespielt für wen noch mal energy berlin hat für einen eingeschränkt akklaut nein das war er wir waren energy was ich so ob ich sehr die energy energy war hazard und karte ja ich bin deutsch spieler ich kann die deutschen teams im kopf egal nee sam war bei x bei tsm a tsm ok 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 so friedhof ist tatsächlich ok ziemlich aggressiv gespielt musketiere dran wofür ist rf bekannt für friedhofer spielte er spielt erstmal friedhof und das ist ganz 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 das war ein ziemlich überraschend früher friedhof aber die musketieren hat extrem value rausgeholt und dann ist auch die reaktion von bärin gesehen auf der linken seite absoluter counter rf hat die barbaren berlin hat lightning er kann mit royal giant wird es ganz schwierig durchzukommen und er gut jetzt nicht unbedingt hard counter ich meine bärin hat eine gute defense aber nach dem start ich glaube dass ja also ich muss auch echt sagen das matchup kann ich sehr gut ich habe damit das man sie geholt mit dem deck von af und ich habe genau dieses matchup gewonnen also genau das gleiche matchup habe ich gewonnen und also das ist echt der königs riesen spieler verzweifelt echt an der barbaren und leitungen gibt es halt auch oft meistens nicht also auch hier ja okay es wird sogar leiten sein aber also allgemeines matchup ist echt katastrophe ja aber mal schauen das würde natürlich bedeuten dass die mortals 2 gewinnen würde ja das wäre das wäre 20 das hieße misfits hat den auftrag leider gemacht ohne ein einziges spiel zu gewinnen ja natürlich ärgerlich haben die das erste schon verloren nee das ist das erste stimmst du hast du ja aber halt ohne jahr und satz zu gewinnen hast du ja ohne das spiel zu gewinnen stimmt klar also das wäre ich bitte und es ja man sieht es ja die könig die königs riesen die je barbaren die königs riesen ist so heftig ja und es ist einfach ein schlechtes matchup also bei anderen matchups da konnte man wirklich sagen das war gespielt von 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 einfach hier ist auf jeden fall auch gespielt von von auf jeden fall also ich war auch schon viel zu früh entschieden nach einer minute also da kann man eigentlich sagen aber trotzdem wie auch immer der start gewesen wäre am ende hätte glaube ich ja öfters matchup hier gewonnen ja ja auf jeden fall schade die barbaren schredden den royal giant wie man hier wieder sieht er hat den ofen als gebäude sogar noch also das ist ja schade ganz schwierig oder er ist ja nicht war uns einer der besten grafit spieler der welt also wenn ich sogar der beste also ja ja schon der gute finde ich ist ein leider also ich würde es von der af und friedlich ja extrem viele gute finnisch ist also vor allem früher also ich weiß nicht jetzt in der letzter zeit jetzt nicht mehr so aber der hat schon extrem hohe finnisch gehabt ich weiß nicht ob er sogar ein 1er finnisch hatte ich glaube das nicht aber er war schon mal zweiter so da kann man die ganzen spenden vielen dank WTF was ist alles reingekommen ich kann es ja kaum vorlesen danke an low199 für die 2 euro spende habe seit gestern erst den laptop kann jetzt erst spenden okay vielen dank dann kann berotec für die 10 bits dann kann hugo ist toll für den neuen sub dann kann weizbomber für die 10 bits dann kann paul für die 50 bits dann kann weizbomber für die 10 bits ähm okay ehrlich jetzt auch viele fragen ist gerade interview nee sonst kann ich weiter vorlesen gerade ist ja und ist gerade weiter vor dann kann elia x real für den neuen sub dann kann kopiert und schatz für die 10 bits dann kann kopiert und schatz für die 20 bits dann kann kopiert und schatz für die 173 bits und die 197 bits und für die 100 bits gtf alles nacheinander dann kann eugen frank für den neuen sub dann kann komplett und schatz zum 100 bits danke für 100 bits an noa da danke noch mal komplett und schatz für noch mal 400 bits vielen dank alter und er schreibt noch bin mit halb max deck auf 7200 gewesen und jetzt mittlerweile auf 6700 700 getiltet okay mein beileid aber vielen dank für die ganzen bits so also kommt kombiniert josh ist krank der doch bei mir komplett sie hat also okay ich habe namen schon gehört aber so viel sagt er mir gar nicht mir auch nicht so viel aber heute ist extrem eskaliert habe ich immer wieder aktiv gesehen dabei und jetzt gerade ist wieder so ein wartebildschirm also der wundert mich ein bisschen muss ich sagen es hat mir fließen die übergänge aber ich muss ehrlicherweise sagen ich fand es das letzte mal fast ein bissl zu schnell ich weiß es gesehen letztes war ja klar ich habe es gesehen also ich fand es was ein bisschen zu stürmer gar nicht die möglichkeit gehabt nochmals match und so weiter zu reden was zu schnell weiter ging ich finde nur den wartebildschirm bisschen langweilig also warum zeigen sich einfach was gerade vor sich geht das ist schade okay jetzt gerade still sein wir wollen auf englisch nämlich hören kann er nichts übersetzen ja ich denke die main thing i did well is just staying calm and just playing the game that i played for three years louis you seem so proud of these boys but i gotta say this seems like a little bit of an expected result talking to you tell me the work that went into this and why you guys feel so confident so this season i think we were looking at the lineups for every team and it became really clear that it's gonna be a lot harder to do as well as we did last so we had to prepare a little bit differently strategy for king of the hill was definitely even like a game time decision with his last deck the 2v2 i gotta give it to our crap he's unbelievable to work with like the amount of work these guys put in the practice is just it pays off week after week after week after week and the best thing about our team is that we only get better as the time goes back ja also rf ist sehr selbstbewusst hat einfach nur gesagt dass er ja sehr zufrieden ist mit dem gegner logischerweise dass er quasi das drei jahre auch arbeit waren und er dadurch halt so selbstbewusst auf dieser bühne stehen konnte und jetzt natürlich auch sehr froh ist über das ergebnis ähm trainer louis wurde noch gefragt was er anders macht oder was anders ist zum jahr davor oder zum letzten jahr oder was die situation jetzt anders macht und hat gesagt ja wir haben uns die teams alle mal angeguckt haben uns angeguckt jo wer steht auf der liste und ihnen ist klar geworden sie müssen noch härter arbeiten dieses jahr um das gleiche zu leisten wie es das letzte jahr geleistet haben sie sind ja ins world final gekommen und ja deswegen auch noch unglaublich shoutout an akrab hat er dort gegeben weil der sich um 2v2 sehr extrem oder sehr gut kümmert die machen dort extrem viel selbstständig auch praktischen sehr viel haben sich sehr gut vorbereitet und er ist sehr stolz auf sein team dass sie hier gewinnen konnten jo passt auf jeden fall so dann würde ich sagen erstmal danke gerade noch an floppy fürs übersetzen auf jeden fall hört man gerade die kommentator ne ok passt mit der lautstärke hat man die zuschauer also kann man während des spiels gleich darauf achten ob der indian sound laut genug ist das wird aber ganz wichtig und wir kommen jetzt zum spiel team käse habe ich gerade gesehen wieder ja das sollte jetzt hier gleich pain gegen käse sein wenn ich mich nicht irre dann schauen wir mal was wir jetzt sehen diese bildschirme verwirren mich ein bisschen also das war letztes mal nicht so also ich weiß ja gut ich finde es gar nicht mal so schlimm aber es sind halt die übergangsbildschirme aber es ist halt ein bisschen komisch dass halt gar nichts da steht weißt du wenn da wenigstens so ein cl-button oder so wäre ja das stimmt die kann ich editieren ja genau packst du einfach selber rein ja genau so muss das würde ich sagen krass das erste spiel hat gerade mal 30 minuten gedauert ja das erste war extrem schnell das nächste spiel werden hoffentlich ein bisschen spannender werden also ich meine missfitz hat kein einziges match geholt jedes einzelne verloren das wahnsinnig hatte pleite und leider auch noch verloren bären tut mir auch ein bisschen leid für die beiden naja ja mir auch auf jeden fall aber gut so ist das halt ne es läuft nicht immer optimal aber ich denke die werden auf jeden fall auch stärker dann wieder zurückkommen ja und man muss auch fairerweise sagen also sie haben 2v2 verloren und bären hat ein unmögliches matchup verloren also so viel hat man von ihnen auch noch gar nicht gesehen nämlich bären hat letztes jahr für cloud nein auch ziemlich stark performt habe ich gehört oder ja ja berlin war einer der stärksten letztes diesen jahr extrem gut verwandt und auch wings also wings und berlin waren extrem stark die haben heute wahrscheinlich einfach einen schlechten start und ja jetzt mal schauen wie das bei team kies und kain ist die beiden teams die ja leider verloren haben am ersten spiel vielleicht revangieren können man ja der letzte die eu cl gewonnen und ja dieses jahr ohne samt bälle kennen und wer ist noch weggegangen noch weggegangen so geht ja mancher weiß er ist es bei es geht denn genau aber es ist dabei ist dass sie das und asyl ist ja asyl ist bin ich und kutsche kurs hat immer noch drei sehr starkes spiel auf jeden fall zumindest die ich da kenne ja auch noch den kenne ich nicht so muss ich sagen der ist ja genau der hat immer es logisch spielt für team kirchner hat auch richtig performt die haben sie jetzt quasi hochgezogen zur c und zu pay also ich kann nur werden also ich kann auch irgendwie anderen auf dem aussehen herkenn ich zu bei payne da haben wir genau wendern am start dann haben wir carnage am start dann haben wir noch surgical ts am start und bei dem letzten spieler bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher ich habe es auch schon gestern gesehen ich hätte eigentlich wissen müssen also es wird es und wenn sie ja beides brasilianer soweit ich weiß genau der stärksten spieler aus der letzten cll südamerika season und kann ich ist aber besonders bekannt für den x-bogendeck naja kann es ist als bekannt als bester ex-spieler welt der wird wahrscheinlich auch im 1-1 irgendwann eingesetzt werden hier sehen wir jetzt renan kava genau renan kava ist der vierte spieler von team payne mit zur cts gegen benny kutschku letztes jahr hat so king beziehungsweise hat team käse hat immer gesagt oder gehabt immer abwechselnd video gespielt haben sich immer abgewechselt haben immer unterschiedlich teams auf die beine gebracht haben dann kurz vor den finals gesagt jo wir haben ein richtig starkes team und das war dann bin ich ruhe und kutschku öfter zusammen letztes jahr haben sie immer die taktik gefahren sie tauschen dieses jahr scheint ist die taktik zu sein dass die besten beiden einfach zusammenbleiben und ich sage es vor allem die was wir vor allem das beste taktik sehen ist vor allem wieder doppelkönigsrise ja man kommt ins to be to game was sehen wir hier doppel royal giant es ist halt irgendwie ja es ist halt ja es hat so ist also kann man nicht ändern die haben keine bands und es ist wie du sonst könnte man ja heute ein band dann wäre das ganze ein bisschen anders aber dann ist halt nun mal das mit stärkste deck hier in 2w2 und entweder mal countert das und versucht irgendwie extremen counter zu bauen risiko dass die vielleicht ein anderes deck spielen oder man spielt das interessant warum ist halt der vorteil glaube ich dass er so ein zauber nicht so zauberanfällig ist der kann jetzt ziemlich viel tanken ja aber ein entfernt ist schon deutlich besser in dem matchup als ein da sieht man auch gerade wieder der bottom tower geht down ohne großartig schaden zu machen und die kriegen sogar noch einen hit mit royal giant und man muss wirklich sagen dass hier renan und search ziemlich klar führen bisher also der erste königs gesagt extrem viel schaden gemacht und ich frage mich was kutsche kuh noch im deck hat ob der noch ein defensives gebäude hat ich denke mal ja nicht ein tornado vielleicht noch ja ich denke auch er wird wahrscheinlich noch irgendeine andere karte und haben oder in spiel und leider wahrscheinlich in den gelungen und und die erste schon da ist es geschoben ganz wichtig ja das ist jetzt oder königs riesige noch nicht bekommen und damit vielleicht sogar das recht was das war heftig mit einer einzigen aktion komplett rumgedreht jetzt führte sogar richtig heftig das ist wieder dieses matchup was wir vorgesehen haben ein team hat den das riesen skelett ein team nicht und das skelett team hat halt den vorteil irgendwie schon jetzt hier wieder krank und wieder ein hit und wieder geht die bombe oh mein gott ist halt echt also riesen skelett überzeugt mich extrem in tubi tue muss ich wirklich sagen ja gott ist das stark mal schauen und die karten von team pain wurden alle gespielt die haben kein riesen skelett und hier macht es immer wieder gleich jetzt pushen sie einmal ohne royal giant ohne riesen skelett und dann wieder mit rollen dann das ist jetzt allerdings schöner feuer war auch auf jeden fall ja der königs riesen nächstes hier und sie haben halt nur den bombenturm als das riesen skelett schon ich sehe es schon das video der unendlich value rausholen und der bombenturm war nicht schlecht weil der eisberg noch weg gekillt hat ja dieses mal war es deutlich besser von von team peter ja da kommt der königs riese wieder und das ding ist halt das riesen skelett hängt halt nicht nur sondern danach ist eben auch noch die bombe da und jetzt kommt der offensiven leiten in die bombe wird es fallen doch die und ein bisserl value raus zumindest aber es war kein schaum das ist auch das meine fliedermäuse spielen ja fliedermäuse werden so oft gespielt weil die meisten teams halt auch mindestens ein log haben das heißt man hat irgendwie nur ein snowball das heißt man kann offenen bets dann auch value rausholen wenn der snowball nicht im cycle ist weil das problem ist halt auch bei barbell das wird in tubi tue fast gar nicht gespielt der leute wundern sich auch viele leute das liegt einfach daran dass das barbell nicht an tom kommt und in tubi tue ist jeder schaden extrem wichtig und deswegen ist das log eigentlich meistens man sieht auch hier wieder zum beispiel es waren auch wieder 100 schaden der bombenturm ist halt irgendwie gar nicht mal so übel trifft schon wieder der eismagier war dieser block auch das ist das mega gut das läuft doch jetzt einfach nur in die bombe rein die fledermäuse man finde ich auch nicht so heißen auch fast weggestorben nur ja und jetzt leiten gekommen und trifft in den fjahr um das ist halt einfach einfach nur wieder spells überhauen und jetzt aber das war jetzt ein bisschen sehr viel committed jetzt kommt darauf an sie müssen zu einem spell zeigen hat schaffen sie das doch ich glaube das wird sehr schwierig ja das schaffen sie ich habe mich halt vor allem warum die kann ich reingehen die müssen das ja das ist das problem die gehen jetzt rein wenn sie das verteidigt bekommen ist das sollte der winke die krass ist der start war eigentlich gar nicht mal so gut aber dann irgendwie also ich bin vor allem das riesen skelett das gar nicht mal so oft gespielt wird also irgendwie habe ich mich schon also immer wenn es riesen gespielt wurde ich das gefühl dass die matches auch gewonnen wurden gestern hatten wir auch mal doppel mega retter gesehen ist fand ich auch ganz lustig und wieder nach das spiel hier nach dort sehen wir die erfinder von diesen decks und zwar sogar mit doppel riesen skills haben die das einmal gespielt früher der complexity das ist das team wodurch diese decks bekannt wurden diese riesen skelett royal giant mischung die werden hier noch danach spielen die war noch als bestes team der letzten season bekannt die haben ja die haben mit kulten und razer ein extrem starkes video gerade mal an der live zuschauer könnt ihr bitte noch mal kurz aus dem auf den in-game-sound achten wer laut genug ist habe jetzt mal ein bisschen lauter gestellt könnt ihr kurz darauf achten dass es hoffentlich ein bisschen besser passt gehört ich habe ich nicht hingeschaut und was ist das für ein start golem als starterzug warum das macht man immer in 2v2 weil meistens hat man eh genug elixier weil man spielt immer golem grins hinten meistens das macht man sehr sehr oft und dann kann er meistens der andere trotzdem noch verteidigen aber hier waren sie es jetzt so sich überlegt die gehen komplett rein wir lassen sie durchlaufen und machen ja und es sieht gut aus das klappt das klappt sieht gut aus der stelle mit dem kinder ist auch nicht ohne als ja ok es bringt allerdings dass beide klingt aktiviert sind weil nur der rechte kinder schießen eben nicht der linke sich aber beide teams machen es auch die schaden sogar noch sogar käse sogar noch mehr schaden ja knapp ist es ist es ist es ist und sie spielen unter oberstädten sogar doppelgold oder kann es sein ich weiß nicht doch ich bin doch doch ich bin doch doch ich bin doch mein gott wird alle abgetroffen hässlich hässlich das ist extrem viel der mensch das geht es geht es geht es geht oder es geht weg das so weh das wird extrem weh und die haben aber dann wächter ich weiß ja das problem ist halt an dieser situation da hat royal giant hat den vorteil dass man halt den immer wieder einen krieg spielen kann und sehr weit aggressiv schwingen kann und eigentlich kann dieses team käse halt jetzt fast kein golem mehr spielen und das wird ganz schwierig für die käse ja wir werden immer wieder genau dass immer wieder der königs reinkommen das ding ist halt ich kann sich abwechseln wenn der eine den königs riesen nicht im cycle hat kann er eben der andere in setzen wird schwierig werden jetzt ja und gleich kommt der nächste rolle denn ja es geht es ist halt rolle die ist so broken ist unglaublich unglaublich mal schauen ja du hast recht und der nächste keine chance das könnte auch mal leidig vorwerfen oder so sie haben bisher noch keinen spell gezeigt interessanterweise also keine großen ich könnte mir auch vorstellen dass sie da ja 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 wenn er hat kommen würde jetzt zum beispiel aber er ist ja vielleicht ein bisschen aggressiv sogar wenn sie in einer video bekommen würden das wird kosten das ist wieder nach hinten gespielt ja die warten nur die warten die die warten immer nur dass sie hier reingehen können wieder die gehen auch gerade jetzt ein fehler sein dass das werden sie auf jeden fall nicht bekommen das war sehr aggressiven royal giant die sind in das backup von team käse reingelaufen in die bildung ja das geht eigentlich wirklich in ordnung ich meine ich habe auch die wächter und so weiter wobei sie den elixierstand anders recht aber sie können daraus nicht wirklich was machen die brauchen den coolen und die können sie ja nicht spielen gehört und die bets laufen noch alle wieder in den eis war ja das wird weh alter nächster holz für der nächste königs riese es zieht für mich wieder nach lightning value aus wenn sie hätten oder vorher oh mein gott ja das war ein gut das war richtig gut gemacht schneeball auch um mein gott ist richtig wieder zuzuschauen kein königs riesen gar nicht das war es alles tut das war alles tut auch nur noch ein paar spiel sehr kommen da kommen jetzt ein golem das backup ist einfach tot ist einfach weg hatte die fläden am osami nee keine chance in färbetum auch noch aus soja gut das war das war es komplett keine chance ja ok das heißt lightning plus feuerball wird jetzt ausreichend wird wahrscheinlich jetzt gleich rüber fliegen und das heißt damit steht es jetzt hier eins zu eins und damit kommen jetzt hier zum entscheidenden satzpunkt zwischen team keso und pain gaming ok das wird es spannend werden mal schauen ja das wird jetzt entscheidend werden weil das youtube-set mitzunehmen ist quasi als ob man gefühlt 2-0 zur halbzeit führt weil das problem ist halt du hast nicht nur das erste set gewonnen sondern du hast auch noch diesen druck du musst gleich im king of the hell abnehmen du musst dieses zweite set gewinnen und bist du raus und als gewinner hat man einfach quasi schon den den halben sieg so vor seiner nase also das ist schon ein sehr entscheidendes set dass du willst hat ja das schickle goblin ist bei team liquid immer noch ja die sind weil es der ist bei team liquid die spiel heute leider nicht aber die werden bestimmt bei den nächsten tagen dann gerade sein so wir kommen jetzt hier zum entscheidenden match wie tun wir sehen sie zum ersten mal den daten koppeln zwar direkt doppelt das hatten wir gestern schon doppelter dartkoppeln und diesmal ganz andere lecks mal lava holen sehr interessant und pecker okay ist das völlig anders interessant das wird hier darf nicht weg sterben und überlebt haben wir wollen ihr anscheinend oder das ist bitter das ist extrem extrem bitter für für team kese und zwar team kese hat sich gedacht zweimal haben die royal giant gespielt ihr counten jetzt rollt ja und die prädigten das absolute pain richtig schlau gemacht die spiele hier doppel lava gegen pecker das wird glaube ich extrem schwierig aber der pecker kein value raus wird meinst du ne ja und das problem ist also na wobei kutsche kuh und so weiter die haben jetzt noch recht viele luftruppen aber die tun halt weh ja ich sag mir halt auch immerhin doppel dartkoppeln musketieren die haben ordentlich luftruppen aber in ferne hat immer den vorteil endlich gegen pecker aber eigentlich immer ja schon ja keine chance ist man jetzt schon wenn es völlig überrannt ich meine pecker ist halt die hauptkarte der verteidigung und die ist halt komplette ist das ganz schlecht aus und das wäre schon ziemlich bitter für team kese ist auch das zweite mit sie wieder im rückstand weil sie sind ja immerhin der akt amtierende eu-champion ja sie sind der amtierende eu-champion und european komplett aus der südamerikanischen liga aber trotzdem schon als amtierender eu-champion hier zwei mit zwei niederlagen in diese liga zu starten das wäre natürlich sehr bitter weißt du euch weiterkommt am ende ich habe keine ahnung ja also es wird so sein dass jetzt in der spring season dass die top drei teams aus dieser liga ein team oder dass die zu diesem ja wie heißen das noch mal zu diesem finale in china da kommen also es wird quasi kein world final geben in der spring season das wird es in der fall season geben ab wenn der spring season gibt so einen ersatz für das wort von und das heißt wie ist das noch was wurde in game auch schon angekündigt für normale ich weiß nicht wie sie in also warte mal hier das könnte man gefährlich werden ja auch noch aber die wederreiter kann ich glaube ich glaube es entstehen 16 sekunden aber sie können noch mal angreifen die turmetskippe aber selbst wenn sie den turm kriegen haben sie hat ja nichts bringt nichts bringt nichts er noch mal ganz hart ja der feuerwehr muss kommen haben sie kein feuerwehr der radgoppen war richtig warum er wird ja ja auch noch richtig machen das sollte eigentlich jetzt trotzdem gewonnen sein. Auch vom Elixir, wenn man darauf achtet. Der Vorsprung ist extrem krass. Also wenn sie das schaffen zu verteidigen, das würde mich schon stark wundern. Wer wäre dann weiter? Dann wäre auch... Ne, wer wissen weiter? Sorry, wir sind ja erst im Tour V2. Dann würde Pain 1 dafür. Ich dachte gerade, wir wären schon im Dings. Wir wären schon im Zweiten. Das mit der Zeit ist doch echt teilweise verwirrend, aber wir sind... So, jetzt Doppel-Laber-Hund. Also, Bomben tut da auch extrem... Überleg mal, Bomben tun wir die mitgenommen. Ja, keine Chance, dass es da gibt. Da schaffen sie es nicht, das zu verteidigen. Das war's. Ja, also Doppel-Packer hast du schon recht. Doppel-Packer gibt einen Doppel-Laber-Hund ist halt einfach... Ist halt schwer, muss man wirklich sagen. Und damit liegt hier Team Keso 0 zu 1 hinten nach dem Tour V2. Das tut doch noch ziemlich weh auf jeden Fall. Das tut schon mal ziemlich weh. Ja, das tut weh auf jeden Fall. Danke noch an Noah2740 für die 100 Bits und noch Danke an Harry321111 für den neuen Sub. Danke. Pff, haltet die Namen einfach. Ist der Manager mit dem Hemd in der Mitte? Ja, oder? Ja, das ist der Manager. Exakt. Der sich ja auch gerade ziemlich doll für sein Team gefreut hat, verständlicherweise. Ja, hat man gesehen. So. Ich schaue mal, wie hieß denn das nochmal? King of the Hill, zweites Satz. Team Keso gegen Pain Gaming. Jetzt nämlich Dark Angel, der mir persönlich nichts sagt, gegen Renan Sava oder Renan Kava, ich weiß nicht. Renan Kava, Renan Kava. Auch Brasilianer? Äh, ja, auch Brasilianer. Ja, irgendwie hat schon eine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, Dark Angel gegen Renan Kava. Renan Kava hat letztes Season noch keine Serie gespielt. Der hat, glaub ich, erst der Loh gespielt und hat da immer wieder auch recht gut performt. Und Dark Angel eben kauft. Oh, ziemlich aggressiver Start von beiden auf jeden Fall. Ähm, spiel die beiden Königsschweinchen? Könnt's sogar sein, ne? Das könnte sein, ja. Ich glaube sogar tatsächlich, dass Renan Kava mit Mega Knight spielt und Dark Angel allerdings so eine Psyche-Variante mit Banditin Musketier. Ja, 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 würde ich auch sagen. Äh, ne. Klon. What? Okay, Lava Klonen. Ja, okay, klapp. Ja, kann alles möglich sein. Offensiver Mega Retter. Was? Er hat keine Schäber mehr. Er hat keinen Schäber mehr. Ja. Was sagst du jetzt im Lava-Hund? Er war ziemlich aggressiv, ne? Ich weiß nicht. Ja, ja, das Ding ist halt, er muss jetzt halt extrem viel investieren auf der Linken Seite und jetzt können gleich rechts Betts kommen oder so. Ja, ja, ja. Dann geht das was schwierig werden. Das muss ja irgendeine gute Idee haben. Uh, Rabauken sind natürlich eine gute Lösung. Oh, die tun wir. Ja, die sind so gut für Renan Kava. Ja. Weil die schalten erst den Rambagic aus, jetzt den Baby Dürgen. Ja, und die Flugmaschine schalten es gegenseitig aus. Ja, ja. Das tut auch weh für beide. Okay, jeder muss sie kommen. Er hat, glaube ich, kein Spell gegen Luft. Oh mein Gott. Was? Wie hat er geklont? Ist doch ihm schlecht, oder? Ja, er wollte gebeten, dass der Ewos kommt, aber er hat es gefällt. Er hat den Lava-Hund nicht getroffen. Er wollte eigentlich noch den Lava-Hund klonen, aber hat den Lava-Hund nicht getroffen. Oh, okay. Das war natürlich auch gefällt. Hätte er den Lava-Hund nämlich mitgetroffen, dann hätte er nur den Lava-Hund getroffen. Ja, ja. Das Match-Up an sich, würde ich sagen, ist... Hat er noch ein Poison drin? Renan Kava? Nee, oder? Ich glaube, ein Feuerball. Ähm, nee, ich glaube... Er hat auch Poison. Ich glaube, Poison. Doch, Feuerball! Oh mein Gott, was ein Feuerball-Prick. Oh mein Gott, so stark gespielt. Wow. Also normalerweise spielt man, glaube ich, Poison in diesem Deck, aber... Nee, ich kenne es mit Feuerball, muss ich sagen. Ich kenne es mit Feuerball. Okay, krass. Ja, okay, man kann auf jeden Fall beide Varianten spielen. Das Ding ist halt, er hat sich noch Bauten, Flugmaschine, Elektromagia, Federmäuse, also echt extrem viel. Aber jetzt fehlt immer der Feuerball-Defensiv, kann ich mir vorstellen. Ja. Uh, Omega-Retter-Defensiv war eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Flugmaschine hat extrem viel Value raus. Elektromagia nicht optimal gesetzt. Das ist der Turm, glaube ich. Nee. Der war nicht gut. Das ist der Turm, ja. Das ist der Turm. Oh mein Gott. Das ist halt das Problem. Er hat halt nicht viele Karten gegen Luft. Er hat die Flugmaschine, den EOS und die Bats und den Feuerball und die Rezcals, aber... Nein, das sind einige. Er hat nicht viele Karten, erzählst erstmal fünf Stück auf. Nee, er hat einige, aber die sind alle nicht so... Also er hat kein Inferno-Tower, er hat kein Inferno-Tower oder so. Er hat nicht so richtig den Schaden. Ja, das stimmt schon. Und, ich mein, Dark Engine hat ja auch gute Antworten auf die Luft. Ja, also der einzige richtig krasse Schaden wäre halt die Fledermäuse gewesen. Aber die kann halt einen Schäber ausschalten, das stimmt schon. Ja, ja, ja. Ich fand's auch ein bisschen zu aggressiv gespielt mit dem Feuerball-Projekt, obwohl er krass war. Ja, ja, ja. Muss ich dir auch zu... muss ich dir auch Recht geben. Oh, schwierig werden. Aber beide Türen sind halt dran und die Verteidigung sieht eigentlich ziemlich so wieder aus. Also er hat halt schon ordentlich Anti-Air-Karten, aber jetzt ist es ja doch irgendwie zu viel Becker. Oh mein Gott, oh mein Gott, die Flugmaschine ist dran. Lama Magic Wand Flugmaschine. Nee, es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Es muss reichen. Ah, ein Schneeball noch, ein Schneeball noch. Ein Schneeball reicht. Ne, Flugmaschine. Oh, ja, Dark Angel hebt den Arm hoch und freut sich. Das war wichtig. Oh, da freut er sich. Alter, das war knappe Sachen. Lava-Klon sehen wir auch ziemlich oft, haben wir auch gestern schon ziemlich oft gesehen. Scheint immer noch ein sehr starkes Deck zu sein aktuell. Krass. Das heißt, Team Käse befindet sich im King of the Hill 1-0. Nicht vergessen, die erste drei Sätze, äh, drei Matches gewinnt. Das ist sehr wichtig gewesen für Team Käse. Gewinnt den Satz und Team Käse muss halt auch den Satz holen, äh, das King of the Hill holen. Sonst haben sie schon 0-2 verloren. Ja. Das würde sonst ziemlich wehtun. Wenn sie das nicht holen, dann wird es sehr bitter sein, weil dann haben sie zwei Niederlangen-Standamt-Liga, wie gesagt, als EU-Champion. Das ist natürlich krass. Deswegen müssen sich da rein. Wir haben auch gerade gesehen, die haben sich gefreut. Die sind unter Spannung, aber die haben sich gefreut, die Team Käse-Bern, logischerweise. Und, äh, jetzt spielt Carnage. Carnage ja als X-Bogen One-Trick bekannt in der Szene. Ist das echt X-Bogen-Feuerball? Spielt Carnage jetzt wirklich erst X-Bogen? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich hatte gestern sowas gesehen, da war ich verbiets. Es könnte Königsriese sein. Ja, oder Rolldunge. Ja, Königsriese. Königsriese Kagan, mal wieder Lava-Hund-Klon. Was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Ich weiß nicht. Also, eigentlich... Er hat halt keine Barbaren mehr, ne? Er hat einen Feuerwehrvoller. Er hat einen Feuerwehrvoller. Er hat Lumberjack und Barbaren. Hat er vorhin schon gehabt. Hat er vorhin schon gehabt. Ach ja, stimmt. Ist mir gar nicht wussten, weil das spielt man sonst ja gar nicht. Ansonsten spielt man ja entweder Lumberjack oder Barbaren. Ja, ja, ich weiß. Ist mir auch von eigentlich so aufgefallen. Das stimmt. Ist ziemlich interessante Variante eigentlich. Vielleicht würde er damit... Vielleicht... Ich weiß gar nicht. Vielleicht gegen Königsriese sogar besser sein. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Keine Ahnung. So, Lava-Hund kommt jetzt. Das Ding ist halt... Ich glaube, es wird ziemlich schwierig. Der hat ja nur Eismark an Megalaka defensiv eigentlich. Das ist ein bisschen... Er hat keinen Schaden. Er kann halt schnell recyceln, aber... Aber ja, er hat nicht so viel. Und Feuerball hat er gegen Barbaren. Ja, offensiv. Aber auch defensiv, ne? Ja, er braucht noch defensiv, ne? Ja, was recht? Aber es geht in Ordnung. Ich fand die ersten Lava unten ein bisschen zu früh, fast. Ich weiß nicht. Ja, das war jetzt extrem wie damage. Da muss er jetzt gucken, dass... Oh, jetzt und die offensiv auf beiden Seiten. Ja, ja, im Megalaka. Tornado kommt auf. Ist halt auch teuer. Und der BB treffert jetzt den Boots aber gleich. Gibt Schaden. Auf beiden Seiten. Fledermäuse braucht vielleicht ein bisschen viel, oder? Ja. Oh, er klont noch was! Oh mein Gott. Überraschender Klon. Das ist ordentlich damage. Ja, das war... Oh mein Gott. Auf beiden Seiten. Beide Seiten. Also, ich finde da fehlt mir einfach die Anti-Air-Karte. Die hat ja im Grunde... Was bringt einem Eismargel, ne? Das ist ja nur Flächenschaden. Er braucht einen Megalaka eigentlich noch. Dreifach, am gefühlt. Er hat gar nichts. Er hat wirklich nichts genutzt. Aber es ist halt die Frage, ob Dark Angel überhaupt den Tower kriegt. Das ist jetzt die einzige Chance, ja. 1-0. Das wäre die einzige Chance für Carnage. Wenn Carnage es irgendwie schafft, das zu verteidigen, dann könnte es schwierig werden. Und es kann er schaffen. Es kann er schaffen. Doppel-Elixierphase kann er auch schneller cyclen jetzt nochmal. Zurück zum nächsten Megalaka. Jetzt versucht er auch. Es kann er schaffen. Das wäre richtig heftig. Und der Königs ist ja im Haupttor auch. Aber es ist ja nicht so entscheidend, glaube ich. Also wenn er jetzt auf ein 1-0 rauslaufen... Er kann es schaffen. Er kann es wirklich schaffen. Ja. 20 Sekunden. Er hat auch einen Feuerball. Nicht vergessen, auch eben Flugmaschine. Mega bei Kites hier. Ordentlich mal einen Feuerball setzen. Klonen. Und es bringt nicht so viel. Otonado kommt auch noch. Ne, er schafft es. Er schafft es zu verteidigen. Er schafft es einfach. Es sah so gut aus für Dark Angel. Aber Dark Angel kommt einfach nicht durch. Ja. Krass. Weil die Defensive halt am Ende so stark ist, wenn er so schnell cycled ist. Das ist unglaublich. Ich bin jetzt wirklich überrascht, weil eigentlich in der einfachen Elixierphase war die Defensive halt nicht so stark wie in der Doppelten kann es sein. Ja. Bei weitem nicht. Aber es ist auch irgendwie logisch. Ich meine, was will denn Dark Angel machen? Er kann nur mehr Einheiten hintendran stacken und da kommt halt ein Klon, da kommt dann eh ein Tornado oder ein Feuerball drauf. Also bringt ihm die Doppel-Elixierphase wahrscheinlich gar nicht so viel, vermute ich mal. Ja. Und jetzt ist es echt krass. Den ich Ruh im nächsten Match auf jeden Fall. Mal schauen. Stimmt. Das sind die WCG Finals in Asien oder so. Ah, G. Und da spielen die Top 3. Da spielen die Top 3 Teams aus der CL mit. Ah. Und versuchen quasi. Ah ja, die Burn Cyber Games. Genau. Versuchen dann sich gegen die chinesische und die asiatische Liga durchzusetzen. Ja. Sobald die Top 3 Teams. So. Im King of the Hell steht auf jeden Fall jetzt 1 zu 1, ne? Also beide haben einmal gewonnen. Und wir sehen jetzt Benehu gegen Carnage. Also Carnage besonders bekannt eben für X-Bogen. Und... spielt jetzt hier Doppelprinzfriedhof? Was? Krass. Das ist auf jeden Fall wieder Königstrise. Aber was ist das für ein Deck? Ich hab's da gesehen. Das Deck hab ich neulich auch mal gespielt in... 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 8 kinda... In... A... Unruh... In... E- Evolution. Yeah. E- so und die prinzen kann er halt extrem effektiver teil legen in dem mann sie es auch der dunkle prinz geht noch im ehesten probleme wobei ein eisgeist auch noch stimmt der eisgeist so wie er hat er hat alles er hat eisgeist ich glaube das wird extrem schwierig damit schon mal mit dem grafer da so wenn er muss irgendwie bin ich muss irgendeinen richtig kranken zu machen um hier zu offensiver königskrise musketieren kommt ich um was ich hier weg oder so wie prinz 1 2 3 hits geht aber noch in ordnung geht noch in ordnung muss auf den prinzen jetzt treffen die aggressive friedhof das kann gefährlich werden aber war fast hängt nicht muss aber ganz mal so schlimm sein der tonado musketieren ist voll dran und was geht hier und hierin war ein fehl kann ich auch hier aus das ist genau das was wenn ich ruge gebraucht hat ja es mit der offensiv königskrise sein das war extrem gut von beruf gespielt hat doppel lane push gemacht links der bremsatz wo die musketieren ja gefällt war aber im nachhinein gar nicht mal so schlimm ja aber es war auch ein bisschen lucky dass die jahre überlebt er hat den nado gefällt also das war halt einfach auch nicht optimal nee eigentlich nicht aber es hat geklappt also dass der friedhof vielleicht sogar getankt hat war vielleicht gar nicht mal so schlimm weil man war einfach so offensiv gefährlicher die letzte karte ist häuser wichtig zu wissen ja ja okay heißt zwei gibt es aber für den ausreichend ich denke lieber ein friedhof versuchen ja ja und er will jetzt oder er spielt gleich in der sicherung aber jetzt gerade sind ja noch truppen auf dem feld ja er muss auch was nach will er jetzt nicht spielen genau das hat aber was ein dick doppelprinz friedtuch was ja wieder kommt rein okay also ja ich bin in preußen klar kann er machen also wenn ich ruhig werde ich gar nicht muss treffen und es reicht das gelächter connected dass wir es uns knapp geworden dass er es gab wieder wer das gewonnen bin ich ruhe das alles gewonnen ja das heißt hier ist so wenn sie jetzt gewinnen könnten jetzt hier natürlich richtung kam weg angreifen das würde dann nicht ausgleichen setzen bedeuten weil den ersten satz hat ja pain gaming gewonnen okay aber dort wartet jetzt noch wenn man hat natürlich keinen bock auf das gute alte wollen wir mal am ende das heißt er wird jetzt versuchen hier ein comeback raus zu hauen für sein team bin ich wo gegen wenn los geht's wer ist für die aktuelle favorit von den beiden teams also ich muss ja also ich muss sagen es gibt ein zwei teams extrem stark sind von dem roster her würde ich liquid als favorit sagen weil die haben halt den besten eu spiel aus der letzten season und immer noch drei extrem starke spieler mit bufmec diago b und sergio goblin allerdings ist das heißt es hießen kanario kanaro war der beste kanaro kenn ich den amerikaner aussieht oder genau der hat in europäischen er sieht für die sport der hat die beste winrate in wollen ich weiß nicht dass er die beste ja ich muss irgendwie gehört dass er zum besten spieler gekürt wurde in amerika war es der roi und in eu war es kann aber ich bin so peinlich manchmal ich finde das gar nicht peinlich das ding ist halt ich sag mal so wenn man das jetzt ja nicht castet verfolgt man ja auch nicht jedes einzelne spiel weißt du das heißt ja ich habe nur dass kanario die beste siegesratte hatte das ding ist er war nicht in dieser auswahl dabei weil er nicht zu den finales geflogen ist genau bei g2 halt rausgeflogen ist die haben wir damals rausgehauen ah ihr habt sie rausgehauen geil wir haben im spiel vor dem finale in eu-season haben wir interessanterweise sehen wir schon wieder dieses königskrise das hätte absolut dominant zu sein und nicht nur in 2m2 royal giant nein jetzt auch immer ja also ich muss sagen königskrise geht ein bisschen arg auf die nerven so kinder ist an aber es bringt wahrscheinlich eh nicht so viel dass der königskrise gegen königskrise ja jetzt soll es eigentlich relativ ideal sein denke ich sogar ja genau da kommt er auch schon also mich wunderts auch dass supercell wieder in den bellen ständisch nichts an rollen macht ich finde es einfach eine viel zu einfache und viel zu stark ja vergleich ich genauso also ich bin einfach mit e-sports hat uns eher an wirklich anspruchsvolle karten sein hier ja zumindest ist so viel zu einfach einfach das ist viel zu einfach einfach ja immer muss es doppelt betonen damit auch aus soll der schade ist auf jeden fall da jetzt muss man mal schauen ja also okay warte er hat den offen das heißt hier bin ich gut den vorteil mit dem gebäude dafür hat wenn halt den ohne schnelleren zeige denn schnelleren zeige davon auch nicht vergessen weil ich sage es hat die jetzt keine großen einheiten also ein baby frage die tieren könnten vielleicht fehlen wenn ich den lightning ich denke ja 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 wenn ich muss den leiten haben auf jeden fall weil das wäre das wiederum auch ein vorteil sind aber das ding ist halt auch das wenn so der nade war ganz gut oder weil es kein nade mehr hat aber kann zurück zum nächsten nadeo sein und noch ein royal giant hit im vorherbereich ist gg das bedeutet natürlich jetzt umso spannender das wird es bedeuten dass wir in entscheidenden menschen kommen wenn jetzt natürlich gespannt werden wenn jetzt natürlich dann ja das war's wenn jetzt natürlich werden noch mal gewinnt also der spieler für paint gaming dann würde es bedeuten dass die 200 gewinnen und wenn team kesu gewinnt dann würde es heißen dass es in den dritten satz geht jetzt wird es ganz spannend oh mein gott ja jetzt ist echt spannend wird es entscheiden würden ich habe mir gerade haare ausgerissen weil mein headset an meinen haaren geklebt hat bitte what so was bekommt man auf loben ja weißt du es ist halt echt warm gerade und keine ahnung ich weiß nicht wie das möglich ist ja es ist echt sauer war man ich bin auch total rot im gesicht die ganze zeit weil ich übel drin schwitze vor allem im carsten ist es ja auch so dass man sich halt extrem konzentriert sondern stützend ja ihr könnt eine pause unterbrechen waren alle zuschauer was sie von der aktion von floby halten nicht was jetzt ist jetzt wirklich spannend so wie gesagt wenn jetzt hier natürlich wenn gewinnt ist es ganz entschieden für pain gaming wäre es aber als sie gewinnt das süd ist als süd ist gewinnt dann wird es bedeuten dass hier team käso den ausgleich schaffen würde als süd ist aber geschlagen einmal in dem e-sports match das weiß ich noch geil ja also das ist auf jeden fall kein schlechtes spieler der hat auch ganz leider aber fast kein team gefunden und hat dann ganz kurz vorher wo der von dem fliege so noch engagiert weil ein team käse spieler hat kein visa bekommt und deswegen kam es dazu dass wir dann also ich weiß ich glaube ich weiß man kennt man jetzt nicht so mega in der szene aber der leute für den kirchen spielen und der hatte halt dieser probleme und deswegen ist jetzt ja so wir sehen auf jeden fall wahrscheinlich pecker lightning wederreiterin würde ich tippen gegen eisboden ado wie würdest du einschätzen ja das mensch habe ich öfter gespielt das ding ist das aufpassen dass er ihnen keine rocke wer gibt weil man zum beispiel wieder reitern hinter hinten spielt dann kann man auch gut meine rocke wer werfen ja da muss er aufpassen ich glaube allgemein ist es ganz gut für asyl ist also es ist extrem schwierig für wenden diesen wieder zu verteidigen und kinder zu sehen ist auch sehr riskant deswegen ja da sieht man schon die erste connection es wird schwierig und die sache ist ja auch vor allem pecker ich denke kann auch ganz nice werden wobei wenn ja eigentlich gegen pecker mit eisgol und skeletten und so weiter ist sehr sehr das problem ja das problem ist doch das hat schon so gesagt und ich vielleicht geben sie wegspunkt war das ding ist halt asyl ist hat lightning und deswegen weiß ich nicht ob ein defensiver ich ja so die richtige entscheidung wäre die sache ist auch die also wenn jetzt wirklich als südisch das ganze gewinnen würde dann wird das jetzt hier wirklich ein ausgleich bedeuten im satz mal schauen jetzt wird hier wahrscheinlich ein lightning kommen ja hast du recht gleich ist es draußen was bringt hat nicht viel bringt hat nicht viel schon hier ist hier mit dem elektromagier bei ich bin extrem defensiv wir dürfen nicht vergessen es geht nach tor der menschle ganz wichtig ja es gibt keine unentschieden da hast du ich dann hässlich und ich glaube das sieht wirklich gut für süd ist aus der expo jetzt kommt das ist halt das ist halt schaden am turm noch und kann man zwei elixier mehr und dafür noch ein lightning am turm komplett gedreff das hat heftig oder er hat auch ein pecker also ich glaube ich glaube es kann auch unmöglich schaffen er wird mehr schaden machen denke ich zumindest mal schauen das ist ja auch ein schneeball also wenn es halt pain wenn hier an der stelle schafft irgendwann einmal durchkommen dann kann es kritisch werden ja das stimmt die sache ist wie wieder durchkommen ich meine schneeball barbaren fast allein schon lightning pecker ist eigentlich viel zu viel und wieder weiter auch noch hat schon man sieht jetzt gerade schon wenn steckt so ein bisschen seine truppen am feld er hatte jetzt ein kleines tier vorteil der pecker die brücke ok das kann das die chance sein leiden oder 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 das kann das gefährlich werden sind x-bogen fast weg trotzdem nee du auch noch drauf gespielt aber er hat mich wieder das nicht ja nee nee das ist einfach zu viel ist einfach zu werden zu viel zu viel ich werde auch in holzfeld ist auch noch so eine tanki karte eigentlich und wieder reitern auf also es ist einfach zu viel nächster aggressiver x-bogen leiden direkt auf das tut so richtig weder zu schon leiten verbaren fast war zumindest der x-bogen dran man darf nicht vergessen kann raketen cycle noch stimmt ja klar also wenn am ende ist wenn schafft irgendwie ein vorteil zu kommen dann kann es sehr schwierig werden die rakete gekommen er muss das problem ist halt die widerreiterin die ist extrem solide gegen wenn weil man hat nicht so viel was man im spiel kann man kann ich einfach skelette locker das spiel ist aber noch mal holz ist dann auch wieder schaden wenn jetzt x-bogen connecten würde nicht ganz nicht ganz nicht ganz aber es wird knapp das ding ist er kann am ende vielleicht auch zwei raketen schnell überhauen zum beispiel ja könnte ich mir vorstellen aber wenn er eine rakete wirft oder ist dran der ist dran oh mein gott er hat mich da hat nichts wo wir da ein eis und was gelette gekommen wären und jetzt hat den vorteil also im ganzen wobei also das hat auch den vorteil aber jetzt kommen kann gleich noch jetzt theoretisch umgezeichnet werden ich wieder einen defensiven x-bogen und wird ein rock drüber werfen die raketenmacher doch um einiges mehr schaden als so ein blitz das hat die sache das doch ganz gut geschafft hat er vor allem sind schnelleren zeige und ich glaube das soll den x-bogen politik werden ist völlig schiefgegangen die rakete trifft nicht das hat weh getan jetzt wird es gefährlich ist ganz arg weh getan die ist so was und dran oh mein gott das könnte spielseite umständen die wird schaden machen ohne ende das gibt es sogar dass das ist viel zu viel schaden gewesen wenn er ganz ich auch mal sehr gesehen auf der rechten seite also auf rechts und links seht ihr immer die spieler dazu müsst ihr wissen und ich glaube und ich glaube jetzt er will jetzt er will jetzt lightning er will jetzt rocke zeigen als er ist nichts zu spät er kann dagegen auch lightning cycle ja wer will zwei rocket zeigen und lightning second ist es kann ja aber weil wir werden es gleich sehen das war es was 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 eigentlich krass gespielt aber ich würde insgesamt trotzdem langs match aber auf jeden fall flaceres und das heißt wir kommen jetzt tatsächlich noch in den dritten entscheidenden satz und der eu-champion also team keso vom letzten jahr ist damit noch nicht hier auch sie haben ja schon das erste match verloren das wäre jetzt 0 zu 2 direkt gewesen zum anfang und das heißt es steht 1 1 wir kommen zum dritten entscheidenden satz das ist king of the hill was schon ja ich bin auch sehr gespannt ich bin auch mal gespannt wer spielt jetzt das 1 2 1 ich denke mal es könnte dark angel sein oder asyl ist oder also ich glaube die spieler dürfen jetzt nicht da okay ich habe mich da nicht aus genau also so lässt sich ja was hat so dass du wie du dürfen zwei leute spielen ein anderer darf 1 1 und dann king of the dürfen wieder alle jetzt ist aber eine andere einfach ich glaube die regeln sind das dürften jetzt glaube ich gleich nur dark angel oder asyl ist das 1 bis 1 ok werden wir sehen mal schauen was ist letztens heute noch mal gewesen ich glaube treibt auch unsere anderen oder komplexe gegen treibt genaue treibt es anderen bibel weiß ich nur und wenn sie wir jetzt ja wie wird tommy und so weiter wobei du musst das denn jetzt das was ich weiß nicht kann ich war nicht wundert kann ich schon ich habe das ist das 1 bis 1 du jetzt ich war gewundert ich war gewundert perfekt ich bin ich war verwundert so etwas die noch mal eingelaufen ist leider floh ich war gewundert wo man ja ja das ist immer so wenn man so im rausch ist dann ja ich habe gewundert leute es hat sich an wie so wie so ein heilsbringer so ich war gewundert okay wir schauen rein das ganze best of five und nicht vergessen wir jetzt best of five gewinnt der holt auch den sieg für sein team so dark angel ich dachte der der gewinnt verliert dann ach schade ist gelaufen ne war natürlich nur spaß ja ich weiß meine erklärung wir sehen wir hatten gestern pecker frost von karnisch durch gesehen ja ja pecker ballon frost vielleicht ja ja ich kann es dir vorstellen das hatte habe ich auch gespielt hatte ich gestern ist ich weiß nicht was karnisch das war es ist immer schwierig es ist wieder oh mein gott das ist so geil das deck spielt nämlich hier das spielt dieser eine wer spielt das noch mal ein ballon füße im letter die ersten der spieler noch mal an aber an allein nehmen ist trotzdem etwas oh mein gott also das ist so dieses deck ist so krank ich kann es gar nicht nachvollziehen wie das funktionieren kann es pecker ballon frost mit ja bibi glaube ich auch noch drin oder großen anderen spell das ist aber er hat noch baby denn er hat baby jürgen lumberjack und dann noch ein feuerball glaube ich naja das ist absolut heftig das letzte mal hat der pecker aber genau dieses matchup habe ich gestern gesehen das elf oder vorgestern mal die cil begonnen hat das war das hat tatsächlich auch der dinge spieler gewonnen der ballon spieler aber ganz ganz knapp ich finde eigentlich ich meine rein theoretisch hat er mir gar keine rufen elektromagia lightning und so weiter aber irgendwie hat so was wie wie ein schneeball vielleicht oder tornado als das billig ist vor allem eigentlich dafür hat er eben auch keinen großen spiel gegen den ofen so ein nächster aggressiver ballon ja das ist halt das ist heftig er kann den ballon halt immer wieder zeigen und hat dann halt in der defense trotzdem gegen all den pecker und die eiswitz und nado also die defense also das ding ist halt dass carnage einen schwierigen cycle heute hat er muss sehr aufpassen was er spielt aber wenn er es schafft eben den richtigen cycle zu bewahren und in der defense halt so mit zu stehen dann wird es ganz 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 schwierig und da gehen okay so die größte frage ist hat die karten schaden macht also eigentlich genau um den ballon schaden machen also er muss man auch nicht raus bekommen oder todes schaden oder sonst irgendwas er muss halt er muss dann versuchen mit dem packer außer defensiv vielleicht ein packer ballon aufzubauen und dann eventuell sogar mit einem mit früsten sachen genau so ist gestern gesehen gestern hat jemand donnerstag gesehen da war ein baby ballonkombi glaube ich bieter nade und so weiter dann frau ja auch kommen jetzt jetzt aber ich bin frohste nahe drauf dass er groß ja würde auch machen ja auch mal einen triffen turm nicht er trifft und ich weiß nicht er trifft und tun nicht ja trotzdem an der post durch ganz gut ist die frage kriegt ein hit raus nicht und jetzt kommt ja aber alles gut alles gut wobei jetzt hier natürlich die nicht von turm angegriffen werden dass du da auch weh wer schau also ich glaube es wird kanonisch jeden würde ich sagen ob einer gewinnt ja glaube ich auch nicht ich glaube ich auch nicht bei noch drei minuten over time sollte entweder rollt oder halt der ballon entscheiden echte frage also er kriegt halt perfekt danke ja das ding ist halt das ist ja das ist ja das ist schon das ist schon und jetzt kann ich finde ja ich kann halt auch so wenig ab ja ja guck dir das an der pecker hat so viel leben aber es bringt ihm nichts weil das luft backup einfach ja er kann auch nichts gegen die luft machen mega kein eiswerk und so weiter das bringt auch nichts gegen die luft man das sieht jetzt sehr sehr gut für dark angel aus und kann steht deutlich das problem ist er hat also kann schattet eben nicht den baby denken sondern hat nur mehr mit den eiswerk ist stimmt stimmt er hat hat die luft also carnage dark angel hat die luft hoheit und das macht ihm der elektronische magie aber liegt auch noch aber pecker nade ist auch nicht über pecker nade ist auch nicht liebend er müsste halt noch fliehen er müsste theoretisch sogar noch das wenn es jetzt geworden wäre jetzt die frage hat lightning zwei lightnings werden ihn ab jetzt könnte ein werfen das zu riskanten was meinst du eigentlich könnte er macht er macht er macht es ist das kann das ist sehr riskant das ist jetzt die letzte chance hier ja es reicht nicht oder 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 ich würde das matchup auch eher was sagst du oder 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 das haben wir gerade noch sehr sehr häufig in den raum geworfen aber ja es ist ja also das matchup an sich würde ich auch wirklich sagen dass der königs riesenspieler eigentlich genug hat gestern hat es der ballonspieler gewonnen aber der hatte baby trache dabei und da war nur offensiv baby turnare kommen noch viel besser auf jeden fall ich denke ja aber so ist die variante auf jeden fall so hat die auch habe ich bin so wird ja auch nieder gespielt ohne baby denken weil das problem ist das sowieso schon schwierigen zeichern mit baby das hat noch mal teurer okay wir sind wieder im nächsten match nicht vergessen wer das ganze best of five gewinnt der holt hier auch den sieg für seine spiel aber auch jedes game eiswizard nado der mag das spielte der motor das könnte sein ja das könnte sein muss ich kann das sein ich habe sogar dieses hütten deck gedacht aber das nicht mit ledermäusen glaube ich nicht nicht das hütten decks oder es ist es halt oder es halt meiner poison aber ich glaube ich habe aber der erste könig ist ich mal dran für zwei hits glaube ich drei hits die zwei sache ja ja war fast aber kein kampf was aber wehtut also die rabauken können ordentlich value rausholen wenn sie nach hinten prägt aber er hat halt auch noch feuer weil das stimmt weiß aber nicht so richtig also ich glaube er sagt auch nicht vergessen ja es könnte schwierig für roll sein werden aber es wird auch schwierig für mord haben wieder damit also das ding ist auch ein sehr schnellen zeichert es hat der voller für carnage auf jeden fall und es ist gefährlich was das denn noch mal elixier wahrscheinlich da muss es kommen und das schaden das wehgetan so viel elixier rausgehauen und schaden kassiert das tut weh und ich würde echt sagen vor allem dart goblin sehe ich extrem gefährlich auch die rabauken und ich weiß nicht also ich sehe es eher besser für dank angel muss ich sagen weil er kommt am ort auch nicht vorbei ich soll ja irgendwie tut auf b ist auch wieder teuer wobei es geht es geht es geht ich meine es war immerhin auch eine prinz doppelgang kombi ich glaube auch das könnte das werden oder andere ich weiß ich habe mich halt in der doppel elixier phase ist es match up glaube ich vielleicht besser für königs gesetz was meinst du ja den schnellen zeichen also wegen schnellen zeichen gemeint vielleicht ja ja es ist schwierig zu sagen es ist echt nicht genau sagen das problem ist halt der dart goblin er da kommen kriegt so viel value weil halt kein lock hat sondern barbell und das ist halt das problem mittlerweile in diesen decks dass man halt immer barbell spielt da ist der dart goblin halt einfach absolut prinz schreibt nach hinten ok was der ist zu früh an der es zu früh an der king tower ja ich meine es sind es ist ein 1500 leben nach dem turm an der king tower ist an das hätte jetzt nicht passieren dürfen und ich war auch kein zweit hat kein großes zweit wie will karls überhaupt durchkommen wie will karls überhaupt durchkommen ja weiß ich nicht keine ahnung total grebe an den turm da ist der slow auch da ja voller will er doch offensiv ist auch eine möglichkeit auf jeden fall das könnten jetzt geben ist es ist es ist also das ding ist halt vor allem ich hätte das match habe eigentlich besser für die dark angel eingeschätzt aber der kicktower ist halt an das hat die sache der kicktower ist echt schwierig und er hat ja auch viel gegen den prinz oder prinz bringt hier jetzt nicht so viel in den matcher und wenn er den feuerball gut offensiv einsetzt dann kann das schweig werden sagt goblin trefft nicht deswegen wenn ihr einen antut auch weh ja das feuerball auch drauf der feuer ist halt auch gar immer wieder schaden und killt hat immer wieder irgendwas weg ist jetzt sehr offensiv aber er kann sich halt darum ja und ich glaube ich weiß ich ja klingt aus an hier damit kommen schaden machen man sieht es hier zwei hitze noch nichts das bringt nichts der klingt was noch in den in den eis muss auch noch ein gespieler und vor allem er kann keine sauberzeikel dann kann ich eben immer wieder feuerball draufhaut mal schauen koppeln ist ja auch dran hat sie dir das an dass du da wieder zuzuschauen ja und meine das ist noch mal schlecht aber da steht auch weg und jetzt immer auch ein kaum ausgeglichen bis jetzt also ja bis jetzt aber ich wollte er macht dann immer wieder ein bisschen schaden und meiner immer nur so sehr dass ich vergessen er hat auch miesen start gehabt also hat am anfang riesigen schaden gehabt ja das ist mir als ausgeglichen ist sogar führung jetzt inzwischen also ich glaube mit feuer werden und so weiter ich weiß nicht wie da eigentlich jetzt noch schaden machen will und er wird vielleicht mal eins an das ein oder andere mal ein königs riesig dran bekommen oder ein feuerball mit denke ich ja kann ich muss muss das halt eigentlich hier ich meine da kann ich muss das hier jetzt jedes mal frau das verteidigen und damit meiner vielleicht noch bisschen dann das war gerade ein bisschen aggressiv hatte ich sogar aber nee ist völlig egal ja der meiner kriegt hat zwei drei ist das schaden weg da raus als ding ist er kann halt kein feuerball überwerfen das tut auch weh auf jeden fall jetzt kann der feuerball offensiv kommen weiß ein kleiner overextend vielleicht wie er kommt trotzdem das ist halt einfach ja er fällt auch er gefällt oh mein gott oh mein gott oh mein gott wie du das sind 200 schaden weniger wie bitter aber besser den dark opening als den tower ja aber stellen oh mein gott das kann das spiel entscheidend sein es hat kein spell keinen einzigen ja ja klar oh mein gott wir müssen es echt mal merken wir das spiel entscheidend ist es wird so wehtun ach stop vergessen es ist ja doch es gibt so es ist oh mein gott ja ach so okay beim king of the hill muss ihr wissen ist es so dass auf jeden fall es auch so ist dass man turben damage zählt aber wie sie es hier im ding ist im einzigen spiel und dadurch wissen ja jetzt eben wiederholungs menschen geben stimmt das wahrscheinlich wird es wahrscheinlich wird es ja ich hätte schon längst gewusst ja okay dann hat sich das ganze erledigt wird es auf jeden fall vor dem spiel auch noch gesagt und dann reden wir im spiel auf einmal wieder ja das ist ja wieder typisch vorher war das schön also es wäre natürlich der sieg für dings gewesen für karnisch wie man vermutet hätte aber es ist halt wahrscheinlich unentschieden dann daga hat es gar nicht mehr geschafft wirklich damit zu machen nummer 12 meiner und kann ich immer wieder ein bisschen damage über die zeit aber es reicht ja nicht okay dass ich ein bisschen müde bin aber ich hatte heute schon einen zweiten e-sports-cars heute mittag ich war den ganzen tag beschäftigen ja mach mal anstrengende woche stell deine hormone um sei wach jetzt eine hormone umstellen was das denn ja das hallo zu tun wenn du willst den level ab ein bisschen level ab trinke ich wieder so wobei das ist ja keine erge also wir sehen auch oben glaube ich oben links ist in den spielstand da ist heißt es noch mal wie bitte oben links ist ja diese diese kästchen ist ja nur eins ausgefüllt ja tubi tue hat rot gewonnen team rot das ist pain einzelne pain dann ist schon 11 durch kinder für die kese und jetzt wird kese 1 0 genau also sehen wir halt aber ich will nur sagen damit das auf jeden fall dass die unentschieden war gerade eben die farben die farben immer wer quasi das gewonnen hat ach so was ich ja so viel damit ja ich traf getrennt er total verpennt ich auch ja ich auch ich weiß was war das für ein platz start wow ok wahnsinnig guter sepp starker bandit hin und schon tausend schauen wir sehen ballon wir sehen hier ballon cycle gegen becker ohne entferntor gegen pecker ohne entferntor ich glaube das ist extrem gut für pecker das ding ist halt erstens dass hier der der entferntor halt fehlt dadurch hat er halt kann ich nicht viel er kann höchstens kiten und der rammok ist auch in dem matchup glaube ich echt nicht schlecht also glaubst du also ich habe es eher gedacht dass der ballon spieler sogar matchup hat weil dark angel nur elektromagia minions hat und sie hat die frage ist halt er sind nach dem start halt würde ich fast ja das ist nach dem start 1000 schaden vorsprung würde ich auch sagen er hat hat er hat minions ebos poison also er hat halt nicht viel gegen luft ne ja doch kein stehball vorhanden kann ich doch betten kann also ich finde auch irgendwie oh was er macht wieder was das denn er pennt also irgendwie nee das war es also es war es gut wie ne also seht ihr das an ja wobei es der ballon hat nen hit bekommen was hast du gesehen ja der ballon hat nen hit bekommen ja weil er die minions erst er konnte die minions erst spielen nachdem der icebird weg war deswegen hat er nen hit bekommen oder wir auch connecten schöner icegeist was ja richtig guter icegeist aber genau das meinte ich eben man sieht eben dass der ballon ziemlich gut rankommen kann krass und ich meine er hat schon unfassbar schlechten start gehabt und trotzdem ist er gar nicht so weit hinten aber ich weiß nicht aber das ist jetzt so gut für für dark angel weil jetzt das brust geht in derselben lane ist und er kann jetzt hier einen großen push aufbauen er wird den tor glaube ich sogar fallen lassen dann spielt noch minions aber wird es trotzdem er wird es fallen lassen ja er wird es fallen lassen und ich mache jetzt einen großen wurscht weil er genau weiß dass pain das nicht das kann ich kann nicht wissen selbst kommt ja und das ist natürlich beim 1 1 wer hat nur 1 1 den vorteil würde ich sagen das wäre schwierig ja es wird das sagen wenn ich denke vielleicht sogar ballon die sache ist jeder ist ein pecker auf dem feld da ist noch ein pecker auf dem feld das geht glaube ich klar ja das ging ist halt stark in die muss eigentlich versuchen den pecker hin zu spielen genau und jetzt gleich pecker zu stecken also er würde jetzt versuchen jetzt muss zu verteidigen und dann muss man versuchen halt noch ein pecker oder so überlaufen wird nicht bekommen oder geht vom ballon okay also er hat halt schon ein bisschen mit dem pecker ist ja aber guck mal wie viel er hat die pecker auf dem feld und halt elixier vorteil das heißt es wird gleich es wird gleich spannend offen sie über ballon geht auf 3 kronen ist eigentlich ein selbst kommt kommt auch auf uns machen sie beide druck ich hatte war noch nicht so stark und klingt wie kann ich zulassen ja und jetzt guckt ihr den push an er hat schon elixier ja dieser baum der ballon war zwar aggressiv der war vor allem auf dem falschen turm er bringt ja gar nicht viel fragen ist ob er das jetzt irgendwie noch verteidigen links ist es selbst selbst kommt ja er kriegt hat noch verteidigt also match-up würde ich halt echt sagen dass wir kann ich einen miesen start gehabt ja schon ich finde die elektromatik die elektromatik das reicht doch nicht ballon reingegangen musketieren am turm aber nur ein etikett klar schneeball kommt ist in ordnung ist wieder todesschaden ist halt wieder schaden also der ballon geht auch immer wieder schaden machen wenn er das gescheit ausspielt er kann es so deppen finde ich dann sollte es klar gehen das kann ich mir jetzt auch zu musik finden oh mein gott ja ich war er kann das er wie soll den rammer verteidigen so habe ich mich nicht gefällt das glaube ich das auch dürfen aufpassen macht mit dem icegeist mein gott wird spannend ok beide gleich vom elixier her keiner kann aktuell direkt finischen ich meine kann ich kann direkt zauber und dark angel hat nur ein poison und dark angel muss man vor sehr aufpassen wegen dem ballon push und beide wieder truppen und kann ich macht halt irgendwie gar nicht druck ist überrascht mich ich weiß nicht ich meine jetzt kann er eingehen zum beispiel warum geht er jetzt nicht rein ja er wird auch er geht rein da hat er mich gehört mal schauen er hat er nicht gehört ja das wird ist kann er nicht verteidigen kann er nicht stehen und das war es also ich habe die ganze schon gewundert weil sobald der elektromatik ja draußen ist er hat nur noch mal kein oder kann ein schneeball draufwerfen zum beispiel auch was auch ganz ordentlich oder ist oder eisgutten schneeball oder eisgeist schneeball stimmt also eigentlich war es ganz klar für carnage hätte ich jetzt gedacht ja dann steht es 1 1 im entscheidenden so als der sing ist halt hätte er diesen septer nicht gefällt dann hätte das gewinnen können aber du hast recht das ist glaube ich nicht so einfach ich mir vorgestellt haben für pecker also problem ist halt er hat nicht gegen den pecker aber das ist nicht so wichtig daher halt immer wieder wenn er gegen fährt den pecker was ist das für ein start was ist das denn aber als erster zug und was oder gibt es halt sehr selten sehr selten es ist halt klonen pecker es geht also er hat poison er hat ein elektro hat so wenig in luft vielleicht also elektromatik wahrscheinlich genau aber er hat zumindest den gift soll der ist extrem wichtig gegen klonen wir werden sehen jetzt ist die frage welche variante spiel kann also ich denke gleich wie vorhin gleich wie gerade eben ja gleich wie gerade eben krass und ja das sehen wir er hat zwar den poison aber er hat nur elektromagier lakain das ist nicht so krass viel finde ich mal schauen schon jeweils die defensiv von duck age das wird trotzdem schaden geben hoffen sie bei königskurs maschine kommt die elektromagier was war nicht doch nicht das heftig gewesen ja da bin ich jetzt gespannt ich auch ich habe auch irgendwie gerade nicht so ganzen ahnung ich würde sagen auch vom start her lässt sich auch noch zu ok geht in ordnung er führt ja leistet aber er hat ja also ich glaube es ist gut für carl ich glaube das ding ist halt die barbaren sind nicht schlecht aber er braucht die barbaren halt für pecker er braucht die barbaren fürs ramburg er braucht die eigentlich für die bandit also er braucht die barbaren überall eigentlich weil der pecker gerade eben war nicht so gut da wollte eben den labern politikten das wäre schiefgekommen aber beide mussten halt felix investieren es geht es geht so klar das recht mal schauen die barbaren ist draußen holzfäller auch jetzt könnte er zum beispiel glaube ich ganz guten ramburg reinbringen kann ich mir vorstellen kann als eigentlich um wirklich dürfen könnte ja genau da kommt er und was wir jetzt eben ja er lässt so fallen er lässt so fallen und auf der rechten seite gibt es eben schaden was soll jetzt halt carnage machen soll er die frage er wird wahrscheinlich muss er irgendwie dürfen weil er muss ja eh in dieselbe lane und kann da jetzt nicht rein und vielleicht kann das sogar vielleicht kann das auch die ok das ist interessant hatte ich nicht gedacht dass es kommen würde schöne defensiven medien sind lieber man es gar ist was wie wenn er das treffen kann das aufhalten einer kreis rüber geflogen einer kreis rüber geflogen es sind die lakai ab 2 ist er schafft es beide seien zu dürfen jetzt selbst jetzt nur selbst nee es reicht nicht war es war es war es war es war es war es war also ich weiß nicht also irgendwie er hat er kann gut druck machen auch der pecker offensiv ist irgendwie heftig gewesen und der klon bringt nicht so viel gegen elektromagier set poison also der klon hat vor allem das problem denke ich und jubeln alle was ist also es war es ist ja gar kein best of five ich bin so lost heute es hat gar kein best of five ist ein best of drei das heißt ihr seht es auch wie sie ausrasten das heißt team kesu verliert hier auch das zweite match und pain gaming hat das erste match verloren aber gewinnt heute das zweite match und ich sehe die emotionen sind auf jeden fall da für team kesu ist das natürlich jetzt richtig richtig andersherum natürlich umso besser für für pain aber ja mal schauen so noch danke an weizbomber für die 10 bits alle haben heute viele bits reingekommen vielen dank so ich könnte hier sie eher die niederlage wegen klon ja das kann man auf jeden fall machen okay ja das ist ja frohstag auf jeden fall da na ja das ich glaube team kesu die werden in den nächsten wochen extrem viel praktischen weil die werden sich mit dieser leistung nichts frieden geben nachdem sie der ceu-champion waren ja klar die sache ist wenn als ein belliger und sorgen auf einem samt belliger mit ihr habt wenn ihr halt fehlt ist auch klar das war der schlüssel spieler finde ich so berlin gemacht jetzt schule habe ich gehört ja samt belliger macht schule ist halt bitter der war extrem wichtig für das team der ist natürlich weg zu dem so gehen noch raus die haben komplett neues rooster zwei neue spieler drin ist natürlich eine krasse änderung so aber damit müssen sie halt umgehen können weil ich bin mal kurz fünf sekunden weg ja ich esse gerade sk germany fragen auch manche bei sk es ist eigentlich das team worauf wir am meisten den fokus legen wollen das ist das einzige deutsche e-sports team das am start ist mit flobby leider nicht am start dieses jahr für sk gaming nur als content creator dabei sk germany hat unter anderem morten natürlich kennt ihr wahrscheinlich alle dann haben sie op sam auch extrem krasser spieler kennen auch viele von euch hatte ich auch schon zu gast dann haben sie soaking kennt ihr wahrscheinlich auch früher bei team keso und sie haben vor allem noch ich weiß gar nicht wie er heißt der 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 clash real weltmeister von früher sergio ramos genau sergio ramos das war ja wie gesagt war der clash real weltmeister früher 2017 glaube ich geworden ist er gleich weltmeister geworden also extrem heftiges rooster haben auf jeden fall chancen das ganze zu gewinnen und bisher war so das bin ich kurz ruhig nach wie wir es dafür hören können aber die wir sind Und wie es das Stressvoll war, dass du nicht nur in einen tiebreaker warst, sondern auch in einen 4-Round tiebreaker warst. Es ist all our concentration, es ist all about it. So we have to keep focused and play the best you can. You guys definitely did focus and play the best you could. And speaking of focus, we had a lot of focus on the Royal Giant 2.9 cycle deck. So tell me why we saw that so many times in a row. Es ist ein Maso, ich kontrolliere die Karten, wie der Mago, der Mega-Birro und der Tornado. Ich kann es besser spielen mit anderen Masos, aber es ist das Karten, und es ist sehr gut für mich. Er sagt, es ist wie ein Archetype, er nimmt sein Ziel. Er weiß alles, was er kann, weil er dominiert den Tornado, den Ice Wizard und den Mega Minion, so er kann es nicht verletzen. All right, letzte Frage für euch. Ich muss euch erzählen, was die Persönlichkeit und die Verbindung auf deinem Team. Ihr unterstützt euch so gut, ihr seht ihr Informationen, und ihr seid wunderbar für euch. Wie wichtig ist das für eure Wichter? Er fragt sich, wie unsere Team ist, dass wir uns sehr interessiert haben, dass wir uns sehr interessiert haben, dass wir uns sehr interessiert haben, dass wir uns sehr interessiert haben. Was ist das, was ein Team ist, dass wir uns sehr unig sind. Das ist das Beste, dass wir uns sehr unig sind. Er sagt, es ist das Beste bei unserem Traum. Wenn ihr einen gewinnen, dann gewinnt. Und das ist, was er motiviert hat. Wir sind ein Team, und das ist, was wir machen. Fantastisch! Ich fühle mich, wie ich auch gewinne. Die Energie hier ist fantastisch. Ich sende es zurück zu den Casters, um diesen letzten Match zu verbrechen. Ja, also Katnisch hat gerade noch mal gesagt, zusammen mit seinem Coach, dass der Zusammenhang mit dem Team für ihn sehr wichtig ist. Die haben noch über das letzte Matchup gesprochen, dass er dort auf jeden Fall einen kleinen Vorteil hatte. Und er war natürlich sehr happy mit dem Gegens, dass für ihn auch dieses Royal Giant 2.9 Cycle Deck eine wichtige Rolle ist, da er damit extrem gut umgehen kann. Er weiß eigentlich alles, was er damit machen kann. Er kann mit den Karten gut umgehen, weil er es ja auch in seinem normalen Ice-Board-Deck spielt. Er weiß genau, was er mit Ice-Board-Deck und so weiter machen kann, wie er am besten in jeder Situation verteidigt. Und deswegen war es halt extrem gut für ihn, dass er damit spielen kann. Und das Deck ist extrem stark. Jo. Okay. Dann, würde ich sagen, haben wir die ersten beiden Spiele hinter uns. Und ich finde jetzt, dass wir vor allem im letzten Spiel ein extrem spannendes Match hatten. Und jetzt kommen wir an. Man sieht es nie, wegen meinem scheiß Stuhl. Genau. Wir sehen ein komplexes Team. Das vermeintlich stärkste 2v2-Team der letzten Season werden wir hier sehen, indem wir Kult und Reza sehen. Und dann gegen Tribe Gaming, die letzte Season ja auch am Ende der Season vorhin durchkommt, mit Tommi noch sehr stark performt haben. Die ja das erste Game leider gegen den Außenseiter Dignitas verloren haben. Ja, war krass. Tribe hat hier auf jeden Fall ordentlich was gut zu machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich echt gespannt. Beides amerikanische Teams, soweit ich weiß, ne? Ja, beides amerikanische Teams. Sehr gut. So, noch danke an Wafi-1-Gamer für den Sub noch an der Stelle. Die haben sich genau in der, äh... Ja, in der Gegenüberstellung auch schon letzte Season gut. Ah, nice, okay. Dann wollen wir mal sehen, was die beiden drauf haben. Ja. Okay, wieder der Screen. Dann würde ich gerade mal fragen, ähm, wie läuft es eigentlich bei dir leider gerade? Bist du ziemlich hoch? Weil ich habe mich noch gefragt, ob ich noch pushen will später. Hast du irgendein Deck oder so momentan? Hau auf, Lobby ist weg. Was ist jetzt los? Hallo, Lobby. Ja, hi, hi, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hast du meine Frage gehört? Ne, habe ich nicht. Das ist schade. Ich wollte dir fragen, wie es bei dir in Lander läuft aktuell. Und ob du irgendeinen neuen Deck empfehlen kannst. Weil ich muss auch noch pushen. Ne, also es ging es halt, gestern lief es extrem gut. Hab ich ein bisschen off-stream noch gepusht. Heute on-stream lief es jetzt nicht so super gut. Ich bin eher so ein bisschen hin und her gestraufelt, einen Tick tiefer gefallen. Äh, ich muss sagen, das Golem Double Prince Deck, äh, das Golem Dark Prince mit Lumberjacks auf jeden Fall stark, was wir hier ja auch schon in der Competition gesehen haben. Ich habe es mit Pumpe gespielt. Aber damit, ich weiß nicht. Also Golem ist aktuell nicht so stark. Golem ist einfach aktuell nicht so stark. Sieht man auch nicht so oft im Top-Leader. Äh, ja, Ben würde ich mit Dark Prince Lumberjacks spielen. Aber schwierig. Guck. Hier sehen wir rechts, äh, Vulcan. Endlich kenne ich die Gesichter auch mal. Nice. Vulcan. Razer. Dann Air-Surfer. Ähm, Adrian Petra und Colton. Und dann Tribe hier ein Riesen-Roaster. Ja. Ich kenne noch B-Red von Tribe. Kannst du noch ein paar Namen nennen? Also die aussehen eher wieder nur. Bates ist hier links, den man gerade sieht. Dann in der Mitte jetzt hier, ähm, B-Red. Kennst du ja. Ja. Der rechts, das ist der einzige, wo ich die Namen nenne. Den Namen gerade nicht anfällt. Dann kommt hier der Monster. Ah, ich kenne es auch. Nur mit Brille nicht. Und, äh, da noch der Coach. Okay. Ja, den Coach kann ich jetzt nicht, klar. Die haben zwei Coaches. Einmal den Coach von letztes Season. Das ist der etwas, äh, also der, der gerade links stand. Und der andere ist der von Team Kirso. Das war einer der Co-Coaches von Team Kirso. Der ist jetzt zu den gewechselt. Zu Tribe. Und SK hat noch vier Leute. Ja, SK hat vier Spieler, genau. Wieso haben manche so viele und manche total wenig? Das ist extrem unterschiedlich. Weil die Teams sich das als vorentschieden haben, wie sie es bilden möchten. Manche Teams wollten mehr Spieler, manche weniger. Okay. Und, äh, manche haben sich halt festgesetzt, sie wollen nur vier oder sie wollen drei, äh, nur fünf oder was auch immer. Finde ich seltsam. Weil, sagen wir, irgendwer kann, ist vielleicht mal krank oder kann sich nicht konzentrieren oder hat momentan eine schlechte Form oder ist nicht seine Meta. Wundert mich eigentlich, dass man da nicht mehrere, also nicht sechs Spieler verpflichtet, nur vier. Ist eigentlich schon seltsam. Ja, aber, sagen wir es mal so, man braucht auch nicht so viele Spieler und das ist, kann auch, es kann dadurch auch zu Problemen kommen im Team, wenn es halt so viele Spieler sind. So. Weil halt viele auch nicht so viel spielen und so weiter. So. Vulcan und Weser gegen Tommy und Nitram. Tommy hat das jetzt mal Übelpech gehabt, das weiß ich noch. So unlocky, hat irgendwie gut gespielt und richtig unlocky verloren. Und auch ein mieses Matchup danach gehabt. Ja, Tommy ist auch, aber Tommy ist derjenige, der in der letzten Season Tribe gerettet hat. Also Tribe hatte ganz schlechten Startletzseason, der kam dann irgendwann dazu und hat dann ganz viele One-to-One-Sets gewonnen, hat da ganz starke Performance. Hexe! Das ist überraschend. Das haben wir ja wie rausgeschossen. Hexe! Ja, keine Ahnung, das Ding ist halt, eine Hexe ist halt vor allem sehr viel Spell Value. Ja. Lightning, Poison und so weiter, überrascht mich sehr. Normalerweise spielt man eine Hexe, wenn Nado und Poison gebannt sind, aber hier gibt es ja keine Bands. Das heißt, wundert mich auch. Aber gegen Pekka ist er halt schon mal solide hier. Und das Ding ist, bisher haben sie keinen Lightning gezeigt. Also wenn sie keinen Lightning haben, dann könnt ihr Hexe ziemlich rasieren. Und das tut's. Also bisher ist er heftig, ne? Also wenn man schaut, was er rausgeholt hat, nicht schlecht. Schneeball kommt. Und es sieht so aus, als wenn wir endlich mal keinen Doppel-Königs-Riesen nur sehen. Das ist auch mal angenehm. Mal schauen. Also Komplexity spielt hier gerade einen Royal Giant-Counter. Die wollen hier gerade Royal Giant einfach Hard-Counter den Giant. Und Nitram und Tommy spielen irgendwie verrückte Dex. Keine Ahnung, was das jetzt ist, ob es Royal Giant oder Greyfaird ist? Oder was ganz anderes? Greyfaird, das war auch interessant. Ja, also ich weiß nicht. Es kann sein, es kann sein. Also, vielleicht sogar Koboldem, wegen der Hexe. Ich weiß nicht. Koboldriese, was? Koboldriese. Oh mein Gott, was spielen die? Okay. Oh mein Gott, was sehen wir denn jetzt? Ja, ja. Ist das echt mal was komplett anderes? Poison kommt. Boah, das ist halt Spell-Value. Boah. Die Spells machen die der meisten Schaden. Oh, mega Kai. Das war Schaden. Fried... Oh mein Gott, der Speer-Kobold. Seht ihr den an? Haben die jetzt auch einen Friedhof? Ja. Was kommt jetzt? Oh, ich glaub die wollten... Oh mein Gott, das tut weh. Der Holzfäller. Ich weiß nicht. Ich glaub die wollten grad auch einen Friedhof. Predikten sogar. Da muss ich mir vorstellen zumindest. Hecks nach hinten. Ich hecke das Deck von, äh, von Dings nicht. Von Tribe nicht. Was es sein soll. Nee, ich auch nicht. Was ist die Uncondition? Ja, genau. Was kommt da noch? Die sind so lange im Game und die haben nicht... Vier Karten noch offen. Vier Karten einfach noch offen. Das muss wirklich eine Wincondition. Da müssen eigentlich beide eine Wincondition spielen. Also Tunnelklauber kann es nicht sein. Ist es vielleicht auch noch ein Pro oder was ist das klar? Ich bin der Tafelwert. Königsriese. Ach so. Königsriese, Hexe. Friedhof, oh mein Gott. Ah, da laufen sie rein. Die laufen rein. Die laufen rein. Sieht man schon. Das sieht extrem gut für Complexity aus. Complexity ist auch einer der besten 2B2-Teams, meines Tunnel. Ja, also Complexity, die sind immer Colton und Razor gespielt. Das ist eine extreme Überraschung, dass wir hier gerade Vulcans sehen und nicht Colton. Also das ist extrem interessant. Was? Aber ja, auch Vulcans und Razor scheinen hier absolut zu rasieren, gerade 2B2. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also ich finde vor allem die Decks sehr spannend, weil wir sehen mal endlich kein Doppel-Königsriese oder Doppel-Pekka, nur wir sehen hier Cobalt-Riese, Friedhof, beide Friedhof vor allem. Haben wir noch gar nicht gesehen. Die sind direkt beide hier am Start mit Friedhof. Finde ich sehr interessant. Das ist ja eine extrem aggressive Offensive wieder. Das ist halt wieder der Spell. Das ist halt einfach wieder der Schneeball halt einfach wieder. Da ist ein Skelett halt mal dran. Defensiver Schneeball. Jetzt reicht Poison Feuerball, ne? Ja. Ja, ja. Müssen wir eigentlich noch irgendwie draufwerfen. Müssen wir noch die Spells draufwerfen. Die werden jetzt wahrscheinlich... Ja, das war's. Weißer Feuerball. Hier geht. Interessant. Interessant. Also beide Decks... Oh, immer Schaden. Okay, geht aber klar. Beide Decks auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ungewöhnlich. Aber mal schauen. Also Infernetor wird auf jeden Fall immer gespielt irgendwie. Und Tornado auch. Also Tribe auf jeden Fall mit einem sehr komischen Royal Giant Deck. Und Komplexität an der Stelle wirklich mit einem Counter einfach zu Royal Giant Decks, glaube ich. Also sie wollten einfach versuchen, was anderes zu spielen, weil sie letztens halt immer Royal Giant gespielt haben. Ja. Und versuchen auch. Und dann. Ja. Gehen wir mal schauen. Nächster Satz. Jetzt bin ich dann wieder gespannt, was die beiden spielen werden. Also das Deck gerade eben war halt echt ungewöhnlich von beiden. Aber Komplexität würde ich auf jeden Fall auch als ein sehr starkes Team entschätzen. Ne so. Wieder Hexe. Hätte ich echt nicht erwartet. Wieder Hexe. Also ich finde Hexe... Ich weiß nicht, für 2v2 ist eigentlich zu viel Spell Value, würde ich sagen. Mal schauen. Gerade eben war sie auch wirklich schwach. Mal schauen. So. Dunkler Prinz. Es könnte... Also... Dings... Ähm... Complexity spielt auf jeden Fall diesmal nicht dasselbe Deck. Die Hexe macht Schaden. Achtung auf die andere Seite. Ist Schaden schonmal. Okay. König's Riese offensiv. Da kommt ein Riesenskelett. Ah... Ich weiß nicht. Ferneturm. Okay, das könnte jetzt oder... Oh ja. Jetzt... Jetzt sehen wir, glaube ich, mal wieder Doppel-König's Riese. Frost kommt defensiv. Der war stark. Holz ist auch noch. König's Riese. Kriegt es noch ein Hit raus. Okay. Allerdings könnte Tribe jetzt auch wieder irgendwas komisches zum Grave spielen. Aber sieh den Elixier-Vorsprung an. Der Elixier-Vorsprung ist auch krass. Also das Ding ist halt Komplex. Sie hat jetzt ganz normal zurückgegriffen zu ihren Royal Giant Decks. Die halt mit denen sie halt extrem stark sind. Die Frage ist jetzt halt, ob Tribe... Die haben sich halt denke ich mal vorgebracht. Die wollten ja genau diese Decks spielen dagegen. Ob Tribe sich jetzt... Also ob diese Decks wirklich gut dagegen sind. Das ist halt die Frage. Hexe offensiver König's Riese. Hexe kommt. Dunkler Prinz. Tonado. Ist der Nado. Haben halt auch einen Frost. Darf man auch nicht vergessen. Ein Baban. Ein Baban fassen Holz. Ah, der König's Riese macht Schaden. Da kommt ein Feuerball auf die Hexe. Aber er trifft nicht den Turm. Okay, trifft nicht den Turm. Komischer Feuerball. Ja, aber dafür hat er noch eine andere Truppe gekommen, glaube ich. Ja. Okay. Jetzt haben sie Elixier... Ja, ne, keine Elixier-Rückstand. Sie sind ungefähr gleich weiterhin. Also ich finde König's Riese allgemein. Die haben wir gesehen. Das ist einfach Doppel-Königs-Riese. Aber eigentlich die beste Taktik. Einer mit Leitling. Einer mit Feuerball. Das scheint so ziemlich das Solideste zu sein. Wunder mich allerdings, dass sie jetzt hier keinen Riesenskelett spielen. Hätte ich jetzt an deren Stelle irgendwie gespielt. Aber okay. Mal schauen. Jetzt müssen Blitz kommen. Haben sie genug Elixier? Sie hätten genug Elixier gehabt. Okay, sie bringt keinen Blitz. Interessant. Es kommt ein bisschen Elixier vorlaufen lassen. Interessant. Und jetzt kommt hier ein ziemlich heftiger Push. Tonado halt noch. Äh, sie haben... Oh, ist Schaden. Was ist da los? Was machen sie da? Das ist echt extrem. Das war überraschend gerade. Okay. Royal Giant Greyfaird Push. Also das ist auch Next Level. Haben sie hier eine Cerne Tower? Äh, ne. Oh, das wird ein Zwei-Hits sein. Das sind Zwei-Hits. Zu viel Damage. Das ist zu viel Damage, glaube ich. Die Hexe. Die Hexe. Die Hexe kann auch noch da stehen, ne? Die wird auch noch nerven. Jetzt kommt Graferdrechts. Oh mein Gott, das wird ein Brennen. Oh mein Gott, das wird ein Brennen. Ja, ich weiß. Und die könnten auch Schneeballfrost und Dings spielen. Äh, Lock. Das schaffen sie. Das schaffen sie. Auch die Verteidigung ist zu heftig. Krass. Interessant. Also diese Frito-Frost-Sache finde ich echt mal ganz interessant. Die Sache ist halt, sie haben halt keinen Defensive Poison. Das ist halt das Miese. Deswegen war das auch so krass. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Krass. Das sieht man auch, wie sich die beiden Freunden abklatschen. Heftig. Okay. Damit steht es jetzt hier 1 zu 1. Im 2v2-Set. Mal schauen, wie's weitergeht. Die haben tatsächlich dann diese Decks doch benutzt, um diese Royal Giant Decks zu snipen und haben am ersten Mal halt leider nicht die Royal Giant Decks vorgefunden, auf die sie Das kann sein. Das kann sein. Ja, weil sie halt wahrscheinlich... Ich denke, Frito soll halt vor allem krass sein, wenn die Gegner eben Königsrisse spielen, beide. Und dann eben keinen defensiven Giftzauber haben, ne. Könnt ich mir vorstellen. Ja. Schauen, wie's jetzt weitergeht. Ja. Wir starten... in das nächste Match rein. Dunkler Prinz, eis mal, ja. Also, es sieht für mich wieder nach Doppel-Königsrisse aus, aber diesmal von Tribe. Ja, da muss ich dir recht gehen. Das könnte wirklich wieder ein Königsrisen sein. Jetzt ist nur die Frage, ob Tribe zum dritten Mal dasselbe Decks spielst. Was schau. Aber ich glaube, Komplexe spielt wieder die Decks vom Anfang mit Pekka, oder? Das kann sein, ja. Mal schauen. Echt da? Bis jetzt würden nur die Babydrinks... Also, ich glaube, Tribe spielt wirklich Doppel-Königsrisse. Einmal mit Tornado, einmal mit Feuerball, so wie wir es kennen. Oder? Dunkler Prinz, ein bisschen ungewöhnlich. Schnell mal kurz. Pekka defensiv, okay. Okay, Komplexe, die spielt wieder ihre ersten Decks. Oh mein Gott, reicht das? Nein, ein Fail! Da ärgern sich die beiden auch, aber auch kurz gesehen. Kobold-Riese-Friedhof. 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 Wieder. Von Anfang. Hast recht. Jetzt sind wir die ersten Decks und Tribe spielt auch wieder ganz normal ihre Decks. Aber das Ding ist, das hat Komplexe im ersten Match gewonnen. Und das wird auch jetzt wieder extrem schwierig werden. Alter, das Spendengeräusch gerade laut. Wieso haben wir das Spendengeräusch drin? Lol. Hä? Wo kam das gerade her? Egal, weiter. Sorry. Lava-Hund! Also nicht aus dem, nicht aus dem Spiel. Ja, deswegen. Ich dachte, es wird ein Spiel kommen, aber ich, ich habe eigentlich die Alarmes gar nicht auf... Egal, ich kann gleich schauen. Ja. Infernetum kommt rein. Ja, sie spielen jetzt halt Lava-Hund. Oh mein Gott. Häusen auch noch. Der war stark. Ja. Der war stark. Jetzt ist der Infernetum halt auch weg, ne? Aber der Schnee war jetzt nicht so stark. Naja, wobei... Ich dachte, sie Treffen aus Mega-Minimit haben sie leider nicht gefunden. Und ich würde einen Vorteil eigentlich bei... Wilk and Wazaar sehen. Der Poison wäre jetzt draußen. Sie könnten jetzt eigentlich reingehen. Der Poison hat gerade eben gespielt. Sie müssen jetzt eigentlich reingehen. Das machen sie auch. Dass der Poison halt draußen ist, kann wehtun. Ja. Und sie haben halt auch nicht so eine richtig gute Defense gegen Greyfurt. Hat noch der Foz? Ich hätte vielleicht noch gefrostet, ich weiß es nicht. Aber sie waren halt lieber Deffen noch. Er wäre vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv gewesen. Boah, Pekka-Legel. Ja, das ist halt so... Hm. Dann schauen wir auf die linke Seite. Ohne den Kabberkin auch noch. King Thor an. Könnten sie machen? King Thor an? Nee. Also nicht. Ja, das ist zu spät die Phase, das ist glaube ich nicht mehr so wichtig. Das Ding ist halt... Was? Oh, interessanter Predikt. War eine gute Idee, aber ist halt schief gekommen. Wow. Das tut weh. Wobei, der wird auch noch ein bisschen stehen bleiben. Aber hilft das was? Ja, die können halt da jetzt nicht reingehen, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh was? Nein, das war's. Das war's. Das war's. Was? Oh nein. Ich hab den Infernenturm Predikt, für den Elixier weggehauen und gewinnen trotzdem. Finde ich krass. Oh mein Gott. Tribe gewinnt das 2B2G Complexity. Ja. Das ist grad überraschend. Auf jeden Fall. Das ist grad überraschend. Ja, die Decks ist wirklich krass. Nicht nur King's Riese, sondern auch mal ein bisschen Friedhof. Fand ich mal ganz interessant. Heftig auf jeden Fall. An die Zuschauer grad wisst ihr woher das Spendengeräusch kam? Ich bin im Fall verwert gerade. Ich check, weil es kam ja keine Spende rein vor allem. Ich bin sauverwert. Also sie kam nicht aus dem Video. Meinst du, Floppy, oder? Ne, ich weiß nicht. Achso. Okay. Ich kann's nicht gewesen sein. Ich hab gar nichts offen. Das war bestimmt ein Crack. Okay. So, damit auf jeden Fall das 2B2 an Tribe Gaming. Relativ überraschend. Complexity hat das erste Spiel, glaub ich, ne? Das erste Spiel für Complexity. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum King of the Hill. Ja. Das Ding ist halt, zum King of the Hill muss man der Stelle sagen, Complexity ist dann in der Hinsicht auf jeden Fall mein klarer Favorit, weil die haben so viele extrem starke Spieler. Sie haben Alien Penetra, der letzte Season sehr stark in Mario 1 gewonnen war. Sie haben Vulcan, der letzte Season extrem stark war. Sie haben immer noch dazu Air Surfer, der auch gerade erst die Moreno Cup gewonnen hat. Da sind so viele gute Einzelne. Air Surfer haben sie auch noch. Spiel für Complexity. Uh, das ist heftig. Den haben sie noch kurzfristig dazu geholt ins Team. Wieso wurde er nicht direkt gedingst, äh, ge, 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 geseynt von mir? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Warum nicht? TSM hat sich halt aufgelöst und, äh, der wurde dann halt kurzfristig nach dem Moreno Cup noch von Complexity aufgenommen. Okay. Dann starten wir ins Game of the Hell rein. Wie ihr seht, es steht schonmal 1-0 für Tribe Gaming, aber der Favorit jetzt hier für Flobby ist auf jeden Fall Complexity. Und wir sehen Adrian Pietra, oder Pietra, keine Ahnung, gegen Tommy. Beides extrem starke Spieler. Inferno-Turm gegen Pekka Widerreiterin. Was würdest du sagen? Ich glaub eh dem Pietra den Vorteil. Also wenn Adrian Pietra das, äh, solide spielt, dann sollte er das gewinnen. Okay, Banditin, uh, das ist weh. Deswegen ist halt klar, Pekka Widerreiter kann immer mal wieder durchkommen. Aber dieses Match-Up hat neulich auch Berien in WL gespielt und er hat mit Pekka auch wenig Chancen. Das Problem ist halt einfach, dass dieser Inferntor-Spieler immer wieder extrem schnell diesen Spam-Cycle und der Inferntor halt einfach auch extrem stark ist gegen Widerreiter-Pekka. Da kann er Lightning haben, so viel will er will. Bis jetzt kein großartiger Vorteil für Adrian, aber immerhin ein bisschen mehr Schaden gemacht. Erdixierungenvergleich und mal schauen. Die Sache ist die, ich weiß gar nicht wie Tommi Schaden machen will. Ich mein, er wird da nicht rankommen mit dem Lightning höchstes Mal. Er muss, er muss, er so, Tommi kann es nur über einen großen Push gewinnen. Tommi kann es über einen großen Push gewinnen mit Pekka Widerreiter-Lightning, wo er irgendwie mit Baby-Dank dann auch in Kombination irgendwie Doppel-Elixier-Z durchkommt. Das Wichtigste wird, glaube ich, sowieso Baby-Tracher werden. Das ist die eine mit der... Aber wenn Adrian-Petra gut gehen könnte, beziehungsweise immer wieder Druck macht, dann soll Adrian-Petra das gewinnen. Mal schauen. Jetzt ist halt gleich die Doppel-Elixier-Faser erreicht. Baby-Tracher nach hinten, überrascht mich. Okay, man hat es auch gesehen, wir hatten es vorhin im Match so ausgespielt gesehen, dass eben nur der Baby-Tracher gespielt wurde. Das war gegen Königs-Trace, weißt du noch? Ja. Und der hat es auch gewonnen. Ja. Weil der Baby-Tracher kann halt ganz verpässig werden. Ah, der Pekka tut halt weh. Das wird alles reinlaufen. Ja. Ist der Tommi gekriegt? Schön, wie dick ist. Er macht immer wieder Chip-Damage mit dem Miner. Ja, der überlebt hat auch. Ja, das ist halt eigentlich echt im Griff. Der ist halt... Der ist halt nicht nur... Die pendelt jetzt nicht nur den Push, sondern der steht da jetzt auch noch. Ja, das stimmt. Jetzt hat Tommi ein richtiges Problem. Hat er einen Pekka? Ja. Es tut aber weh, den einzusetzen. Aber jetzt, Pekka Baby-Tracher, kann hässlich werden. Er lässt nichts zu, er deften wieder. Oh, Doppel-Inferno-Turm. Ich will gar nicht hinsehen, ey. Jetzt gibt der Lightning. Jetzt gibt der Lightning, klar. Ah, der andere Inferno-Turm. Der steht immer noch. Unfassbar. Aber er ist dran. Baby-Tracher ist dran. Ja. Ist okay. Das war Schaden. Das war Schaden, ja. Aber... Oh, ja, ja. Normalerweise schafft er es hier nicht mit Chip-Damage in deinem Bauch. Und jetzt hat er... Oder was? Oh, es wird so wieder zuzuschauen. Was? Noch ein Hit, oder? Ja. Das war es, glaube ich. Ich glaube, das war die Entscheidung. Ja. Das könnte jetzt ganz, ganz schwierig werden. Da kann man auch hinten... Was wir jetzt... Oh, was? Die wird er gechargt. Aber die Tim failed hier. Ja. Ein bisschen zu aggressiv noch. Es war sehr aggressiv. Ja, es war aggressiv. Es ist egal. Es ist egal. Guck mal auf sie. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Ja. Ja, zwei Elixir. Einfach mal einer Preußen oder so. Aber... Jetzt wird natürlich ein großer Push kommen, ja? Nee, es wird nichts. Das sieht man schon. Es wird nichts machen. Er muss auch auf die Links... Er muss nicht genau. Er muss halt einen Tunnel-Klepper deffen. Ein Lightning kostet halt sechs Elixir. Kann er halt nicht machen. Ja, nee. Snorber reicht. Snorber reicht, glaube ich sogar. Ja? Nee. Nee, 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 lol. Okay, komm. Das war auch gerade. Das war eine 4e Tapie, nämlich. Das lassen wir mal lieber. Egal, passt. Ja, das war es. Das war's. So. Da gibt Tommy nochmal Thumbs up. Und das war's auf jeden Fall. Und damit gewinnt hier Adrian Pietra... Wird das so ausgesprochen? Gewinnt auf jeden Fall das erste Match. Ja, Adrian Pietra. Ja, Adrian Pietra. Sehr starker Wonderland-Spieler. Letzte Season ja auch hauptsächlich Wonderland gespielt. Und, äh, ja. Stark. Ja. Ich wollte mir mal vorstellen, dass der 3-0 macht. Also, es kann... Es kann hier jeder Spieler von Complex die theoretischen 3-0 machen. Während ich mir das bei Tribe-Spielern jetzt nicht unbedingt vorstellen kann. Aber mal schauen. Vielleicht sehen wir ja auch was überraschendes. Jo. Mal schauen. Also bisher muss ich echt sagen, fand ich auf jeden Fall die Decks auch ziemlich interessant. Weil wir sehen halt echt... Ich finde, wir sehen... Es sagen ja so viele, dass die Meter so flexibel wäre. Aber ich finde, wir sehen ziemlich viele... Gut, wir sehen noch X-Bogen. Und was mir so fehlt, ist Schweinereiter, Riese und Golem, muss ich sagen. Ähm... Und Lava-Hunt fehlt mir eigentlich auch sogar fast ein bisschen. Gut, wir sehen Lava-Klon, aber... Ich weiß gar nicht. Ich finde, so variabel ist die Meter doch gar nicht, oder? Was würdest du sagen? Ich weiß nicht. Das würde ich auch sagen. Sehr viel Königskrisis. Ja. 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 Ist das ein Snatcher? Ich glaube, das ist gut für Adrian Petra. Das Ding ist halt, er hat zwar nicht das Lock gegen die Rest-Skills, aber... Uh, Rakete! Läuft. Achso, klar. Ja. Jetzt halt Felix hier, was committed wird. Aber Adrian Petra hat halt den Vorteil, dass die Widerreiter hier extrem stark werden kann. Weil wenn man dann wieder... Wenn er mit irgendwie einem Push-Off-Bord mit Pekka Widerreiterin und dann Lightning drauf spielt, dann kann es extrem schwierig werden zur Verteidigung. Und er hat ja auch jetzt nicht die schlechtesten Karten gegen die Pigs, weil er hat Bapple, Snowball, Baby-Ding, Eos. Also... Ja. Das stimmt. Also ich denke, beide haben eine Chance, dieses Match zu gewinnen. Ist kein ein neuerliches Matchup. Aber ja, genau das meinte, habe ich angesprochen. Pekka Widerreiter-Push, das kann, glaube ich, gefährlich werden für B-Red. Und er hat halt Snowball-Bubble in der Defense. Aber jetzt ist halt die Frage, reicht... Klar, schöne Skelette. Ich finde, dafür hat auch B-Red einiges in der Verteidigung. Er hat Skelette, Bogenschützen, Mienenwerfer, im Notfall-Rakete. Also ich hätte das Matchup auf jeden Fall eigentlich eher für B-Red gesagt, muss ich sagen. Weil ich finde seine Verteidigung unfassbar stark. Und Lightning-Value kriegt eigentlich nirgends voraus, gescheit. Deswegen. Und Königsschweinchen? Ich weiß, die macht immer wieder Schaden vor allem. Baditen lässt er ran. Oh, Baditen. Überrascht mich. Das ist ziemlich zu... Das war Schaden. Ich dachte jetzt deutlich besser aus für Aiden Petra. Aber wenn Aiden Petra einmal... Äh, für P-Red. Aber wenn Aiden Petra einmal... Das geht. Also über die Ding gerade eben, ne? Die über die Ding gerade eben vor allem. Überrascht mich alles. Und der Baby-Ding ist halt auch böse, ne? Ja, bestimmt. Und jetzt... Könnte es werden. Ja, 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 ja. Oh, der Schnee bei was? Oh, krass, okay, okay, okay. Das wird knapp werden. Aber Aiden Petra hat jetzt eben den Vorteil. Also Elixiervorteil. Bogenschütze war auch noch mal dran. Und ich vergesse, B-Wert hat auch noch Rakete. Auch noch richtig. Jetzt gibt er Pekka Barbaran. Oh, es ist knapp. Es reicht noch nicht viel Rakete. Rakete Schnee mal reicht noch nicht aus. Nee. Aber ich glaube, unter Umständen, dass das die Entscheidung für Aiden Petra werden könnte. Wenn es jetzt gescheit ausnutzt. Ja. Eventuell schafft es Aiden Petra hier durchzukommen, ja. Das weiß ich. Vielleicht nicht. Die überkommt auch noch. Oh, es wird weh. Oh, der Pekka, der Pekka. Geht klar, geht klar, geht klar. Ich glaube, jetzt... Ah, Gott, das ist schwierig. Den kann er zulassen. Oh, kein Hilt, ganz klar. Oh mein Gott, ist das close. Oh mein Gott, ist das close. Oh, die werden getroffen. Die werden getroffen. Die wurden getroffen. Was? Oh mein Gott, was war das für ein Pinich? Also, ich muss echt sagen, dass die Rabauken getroffen wurden, war so bitter, ne? Ich fasse es nicht. Alter. Das war echt bitter. Ich dachte halt eigentlich, dass Stings gewonnen hätte. Äh, B-Rate. Und dann kam eben dieser, diese Rabauken für B-Rate einfach. Krass. Ja. Krank. Also, sah sehr gut aus für B-Rate, aber stark gespielt von Aiden Petra. Und jetzt bin ich gespannt. Also, Jay Monte letztes Jahr jetzt nicht so, ich sag mal, besonders viel 1v1 gezeigt. Ähm, bin ich gespannt. Ja. Das war ein heftiges, finde ich. Aber echt stark gespielt von beiden auf jeden Fall. Aber, ja. Eigentlich spielen eh alle stark. Wir springen in das nächste Match ran. Adrian Petra, du hast ja vorhin prediktet schon, dass er alle sweepen könnte. Jo, 2-0 schonmal. Wenn er jetzt die Jay Monte noch raushaut, dann hat er im Alleingang den Ausgleich geholt. Hätte er im Alleingang den Ausgleich geholt für... Ja. Trybe... Äh, 4... Äh, Blackstone. Außer, es passiert das Unwahrscheinlichste, was ich mir gerade so vorstellen kann. Aber man darf ja nie, nie sagen. Dass Jay Monte noch alles holt. Das weppt jetzt hier komplett durch, ja. Das wäre natürlich unfassbar. Mal schauen. Das wäre echt krank, ja. Mal schauen. Also, wir sehen hier anscheinend ein... Bridge-Band-Tam. Der ist dran, der ist dran, der ist dran. Baba... Oh, der ist ein Wutsch, aber das wird weh. Lass uns mal schauen. Ey, die spielen beide Bridge-Band. Die spielen beide Bridge-Band. Ja, aber das ist schau, das ist schau. Dann muss auf der Fall... Äh, das ist zu? Was? Da schaut auch AT&P-Haitra ziemlich unglücklich. Und das ist eigentlich... Boah. Außer kann ich Deffen jetzt hier. Zählt jetzt die Frage. Oh, das ist halt auch schade. Der Niederkai, ich weiß nicht. War die noch hochwendig? Die waren gut. Er schreibt Wellblade. Oh mein Gott. Er hat nichts. Er hat nichts. Was war das für ein Start? Wow. Aber er hat auch schon schade passiert. Er ist erst gegen AT&P-Haitra komplett rein. Und jetzt holt... Jay Monte hat den Turm geholt. Oh, ja. Das wäre Jay Monte krass. Also das Ding ist, ich glaube, dass Jay Monte auch einen Vorteil hat generell, weil die haben das gleiche Deck, nur Prinz statt Lumberjack. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Prinz hat einfach viel solider. Genau. Mehr Durchschlagskraft ist ja wieder. Mal schauen. Boah, jetzt mit Musketieren am Start. Und Eis. Das kommt. Es ist halt so immer... Es ist halt so dieses typische mit Mirror Match-Dip-Situation. Das ist halt immer schwierig für beide Spieler so. Ja, aber jetzt steht halt 1-0 und der Prinz ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Also... Oh, jetzt wird es gefährlich werden. Hat er was? Er hat nichts. Er wird eine Bandite spielen. Nee, wird er nicht. Er lässt es durchlaufen. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, ein Fehler. Das war echt ein Fehler. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Die Turm hat er echt... Er lässt es einfach durchlaufen? Hä? Warum? Warum keine Bandite? Er hätte eigentlich spielen können. Verstehe ich nicht. Egal. Jetzt wird es spannend. Und trotzdem Match-Up-Vogel immer noch auf jeden Fall für J-Monte würde ich sagen. Wegen den Prinzen. Der ist halt einfach viel solider. Ja. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist ja nur eine Karte, die anders ist. Mal schauen. Ich bin gerade aber irgendwie verwirrt. Warum hat er das durchlaufen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Neu... Ja, ist halt echt so. Er hat hier bei Dieter ja links gespielt. Er hätte rechts einfach reconnecten können. Das wären noch fünf. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also eigentlich hat er aus meiner Sicht auch so gut wie gewonnen gehabt schon. Und hat das dann gerade weggeworfen. Er hätte niemals... Ja, er hätte niemals den Turm bekommen. Niemals. Deswegen. Keine Ahnung. Egal. Jetzt können wir es genießen, dass es spannender ist. Ja, das stimmt. So. Prinz kommt. Musketieren. Gute Feuerball. Genau. Aber auch schöner Schneeball. Lässt er? Ja. Defter. Oh, die muss er blocken. Nicht hin. Schöner Manni, der von beiden. Und das geht in Ordnung. Es könnten unindeschieden werden. Dann zählt Single Tower Damage auf jeden Fall. Auch nicht vergessen. Der Cycle Chainmord hat den nächsten Feuerball. Ja, es ist irgendwie... Es ist halt gar... Wie Miracle. Ja, es ist total defensiv vor allem. Also irgendwie... Beide spammen einfach die gleichen Karten hinten. Einer Prinz, einer Lumberjack und dann... Oh, aber der ist jetzt ein Wootserver. Der ist jetzt ein Wootserver. Und das ist Schaden. Das ist Schaden. Das ist Schaden. Oh nein, ein schöner Schneeball vor allem. Das war jetzt ordentlich Schaden. Dafür ist jetzt auch ein ordentlicher Backup natürlich dabei. Ich habe jetzt die Frage. Ist der Counterpush größer? Ah, der... Ich habe gerade irgendwie gedacht, es ist Feuerball Value. Und das war echt Feuerball Value. Okay. Musketieren. Geht das in Ordnung? Wird noch Hit geben? Ja. Lässt er nicht zu. Aber Elixiervorsprung ist auf jeden Fall leichter. Weil die Venditti noch überlebt. Mal schauen. Alter, was ist das für ein Match? Das ist übel, das kranke Match. Wer wird denn jetzt hier durchkommen? Einer muss noch irgendwie mal durchkommen hier. Nee, ich komme nicht durch, glaube ich. Ich glaube, es wird einfach auf den Schaden. Ich glaube, einer wird einen Fehler machen. Einer wird... Oh mein Gott. Boah, es trifft auch noch den Rambock mit. Das war nicht schlecht. Ich meine, mit Einer wird er überlebt. Ja, ja. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Uh, das war auch nicht übel. Aber... Nein, den Rambock fand ich schwach. Da ist kein Backup. Da ist kein Backup. Und jetzt wird's gefährlich. Das könnte der Fehler sein. Ja. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, der Blade. Das war's. Da war eine Fehler, den du meintest. Und ich finde, er muss fair bleiben. Er hat halt auch einen Prinzen. Der ist halt auch einfach schwerer zu defen. Muss man wirklich sagen. Und das heißt, Jermonte gewinnt hier. Und damit ist das Ganze jetzt hier noch ein King of the Hill noch nicht entschieden. Und Komplexität auf jeden Fall an der Stelle. Ja. Komplexität wird immer noch 1-0 entsetzen. Hätte ich gedacht, dass... das... äh... hier... Ey, den P3 hat das 3-0 holt. Aber, nee. Jermonte will das nicht. Ja. Das war echt spannend. Hätte ich echt... Die erste... Das sind wir jetzt hier zum ersten Mal. Krass. Der erste Auftritt in der Zelle jetzt hier. Wie? Der erste. 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 Den hast du nicht 20 oder so oder 100? Ja. Er ist gar nicht immer wieder. Der erste hat absolut rasiert in den, in den Global Tournabend. Der so hohe Zahlen an Siegen gehabt teilweise. Mit Ex-Bogen også immer wieder. Mit Ex-Bogen. Mit Ex-Bogen sowieso ein riesen. Ja, geil. Da sehen wir ihn. Du hast ihn gefordert. Ist er Doppel-Prinz. er hat noch ein feuerball normalerweise gegen verbaren fix ja wenn er vorher hat dann sieht das gar nicht schlecht aus als ich fand ich weiß nicht ja wobei riesen nach hinten macht man so bei doppelprinz stimmt ich kann ich war so viel bei riesen prinz sagen weil ich gar nicht mehr inzwischen so oft riesen spiele noch ja hinten ist gut für das macht macht hier machen die spieler sehr sehr auf so mega kamt um geht auf jeden fall klar war ordentlicher start auf jeden fall aber trotzdem für erste würde ich sagen und ich würde trotzdem behaupten dass die motor das match up hat auf jeden fall hat er noch ein holz ja hatte alles krass dann ist groß das ding ist er muss halt aufpassen dass er nicht immer gecounterpunkt wird wenn er diese hinten spiel aber ansonsten glaube ich auch dass das gute karten hat ich meine hat den daten er hat den eos entlock sepp feuerball er hat karten hat kann jetzt geht er auf der anderen seite rein da macht er auf jeden fall mit geht auch auf der anderen seite das ding das hat geil weil er erstens die piks holen nicht für schaden und er hat fünf elixier ausgold und der daten uns überlebt hat mit freund ja 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 und da muss der von jetzt wird spannend was kommt jetzt vorher bei der flugmaschine die rechnung selbst hatte kein sehr bereit er selbst auch nicht ist zu spät es sei die bläder was nicht schlecht jeder muss nicht schlecht er lässt sich mal den connecten und hier hat aber dafür jetzt auch ein elixier vorsprung guten musketieren gespielt jetzt weiß ich wie wir das schaffen wie wir da rankommen also eigentlich denke dass ich heute vielleicht mal einen guten doppelprinz jetzt wird er feuerball lieben sie spielen ja feuerball ist auch sehr wichtig offensiv aber sie den schaden dann sie den schaden an oh mein gott das heftig aber schafft werden verteidigen ist die frage glaube ich oder 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 das kommt ja ja kann er nicht zumindest nicht gescheit prinz aber wenn jetzt die hox kommt ich weiß ich weiß ich weiß es geht alles klar oh mein gott der letzte jetzt vorbei es vorbei ja es war es der letzte entscheidend wahnsinn der prinz hat der dacons hat auch noch ganz gechargt an die box ja ja das war es als menschen war auch echt schwierig das heißt das heißt jaymonte ist kein comeback geben ja 22 unglaublich was würde ich weiß er holt einfach das 22 ja wenn jaymonte jetzt gewinnt ist vorbei ja wenn jaymonte jetzt gewinnt das können soll echt realisieren was recht so ein 0 gegen komplexe also ich hätte alles alles predigt aber kein 20 für treiber sind wer wollte das jetzt hier holt wäre das wäre ich kann mal schauen also ich denke jetzt spiel kulten aber ich bin mir nicht sicher kulten ja das ist hier für plexi spielen näher holten spielt gar nicht wahr ist kulten wir schauen rein so bürgten jaymonte los geht's wenn hier jaymonte gewinnt ist das ganze vorbei wenn bürgten gewinnt dann für das heißen wir würden noch in den letzten satz gehen los geht's oh ärgert sich jetzt schon ich glaube es ist für die roger oder gegen gegen rafael dabei hat er wurde ich weiß ich auch also wird auch passend mal schauen es kann man weiß nicht also doch wahrscheinlich ja ja graifert gegen bridge spam das ist halt so die sache die frage ist ja hat ich glaube ich glaube es ist nicht schlecht es ist besser wegen barbaren vor allem glaube ich mal schauen er hat den poison das ding ist der schnee bei der schnee bei der preise da draußen da kein lust echt ordentlich value raus was der preise was bist du oh mein gott um das hat sich sehen wir mit den schultern gezuckt hat ja man wusste auch gar nicht was passiert ist ja jetzt muss einfach weg und jetzt hat der absolut vorteil weil jetzt jetzt ist es so schwer für greifert man schauen ist noch zum 1 1 kommt ja ja ich hab mal folgen an ich hab mal folgen gar nicht mehr kann er auch den wirklich mal komplett fassungslos er steht auch im kopf kann sich fassen das war es das ist so gut wie entschieden das wird bedeuten dass hier 2 hat wirklich 2 0 gewinnt wow mal schauen aber noch ist nichts entschieden aber das ist fast unmöglich jetzt weil du hast recht wenn es halt 1 1 steht dann ist ein friedhof auch trotzdem mies und jetzt macht auch schon schaden schöner feuerball und ich glaube seit jay monte im griff der jay monte komplett nachdem es 0 zu 2 schon stand dann 13 0 zurückgeschlagen wasser heftig das wäre richtig heftig muss er was kommt okay dachte gerade muss irgendwas kommen macht er ja er kann auch verteidigen weil er macht das schön ist es wird schwierig werden den tower zu verbrücken und es ist ja wieder schaden und wenn es 1 1 steht hat auch schon schaden gemacht und zwar ordentlich ja das sind schon 1000 schaden das ist unmöglich da muss ein wunder passieren dass ich ja das sagst du richtig auf jeden fall das wunder von wohl das ist jetzt das ist jetzt nötig auf jeden fall war fast trifft die musketiere nicht was entscheidet egal da ist gut geworden das ist ja unglaublich also ich kann mit 30 sekunden noch das ganze vergessen jetzt letzte verzweifelte hoffen sie wir hier dann wird jetzt das feuer weil er will sich auf die kaffee ankommen das ist so meine ich das ist vorbei und kann nur den kopf schütteln also die erste aktion darf irgendwie alles entschieden ich weiß nicht der folge hat draußen die lakaien eigentlich eigentlich ist das matchup gar nicht mal so schlecht das matchup ist gut aber ja das matchup aber der staat war in der stadt kommt es rufen das ding war halt er hat keinen ofen gehabt keine mega lakaien und keinen preisen er könnte da keine die lakaien haben komplett aufgeräumt irgendwie alter ich will nicht wissen wie sich der montier jetzt heute oh mein gott oder das team um den monteln heftig da freut er sich 3 zu 0 das heißt schweb gegen erstes spiel verloren zweites spiel gedreht absolut krass und das bedeutet dass jetzt hier tryp gaming das ganze für sich entscheiden konnte und das war auf jeden fall ziemlich überraschend alter schwede ja die können sich jetzt auch ganz gelassen freuen die haben gerade eins der auch mit stärksten teams in dieser liga einfach um da ist die freude auf jeden fall da mal gesehen die können es gar nicht mehr fassen und komplex ist hier ist das erste spiel für sie oder ja das glaube ich war mal sehen oder wohl was ist mit kurden und ich weiß nicht im korn ist auch nicht gesehen glaube ich aber kurse adrian wolken kenne ich nicht da ist aber ich bin zu sagen ich habe ich nicht so gut mal kann halt sein aber das wäre komisch weil die sind die waren das tun wie tut du die angst wie du verloren und die haben letzt diesen wie du absolut umiert dominiert mit reisern holten also auch der stadt sagt sagen es war viel dank an alle zugeschaut haben und ja am sonntag als morgen jetzt weiter mit der cjl bei bix bin und für die zuschauer auf youtube schon mal danke und weil ich habe es kein